So, ja, ein wunderschön, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, pünktlich zum Stream. Ja, wir spielen heute Remnants from the Ashes, zusammen hier mit Miku, Aimline Danke, Fluxi Bärchen. Und ja, sollte jetzt stabil sein, einfach anschaubar und wir sind in der Kampagne. Erste Mission, ganz frisch, wir haben nur das Tutorial gespielt, das wir auch zusammen loslegen können direkt. Genau. Und wir legen einfach mal los, wir legen einfach mal los. Ich habe die Tank-Klasse gewählt, ich habe einen dicken Hammer und eine Shotgun. Der Hammer ist geil. Der Hammer ist der Hammer. Auch eine Art Shotgun, die ist aber ein bisschen mehr rangeig. Shotgun mit mehr Range, okay, klingt gut, klingt gut. Und ich kann healen. Du kannst healen, ah ja. Welcher Knopf ist das bei dir? Das ist bei mir F. Ah, und da habt ihr von mir Brandmunition. Ja, und ich kriege Wallhacks. Geil. Ich bin die Pew Pew Klasse. Die Pew Pew Sniper Klasse. Oh ja. Pew Pew Snipe Snipe. Naja, das einzige was ich kann ist aimen. Meine Mini-Waffe ist so eine improvisierte Axt. Ach ja, Mini. Oder sowas. Loot? Loot, guys, Loot. Loot, Loot, Loot. Loot, Loot, Loot. Loot, 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 Loot. Ist das so shared? Ja, das ist scheinbar shared hier. Ich sehe das immer. Ich habe die Keycard genommen. Brief, ein Brief, ein paar, ich liege im Sterben. Okay, cool. Alles klar. Story. Ach, komm. Erstmal testen. Ping, ping, mittlere Maus. Explodiert das Ding? Nein. Nein. Muss man erst mal testen. Oh shit, Geist, Munition könnte übrigens knapp werden. Oh, stimmt. Ja, scheiß, müssen wir aufpassen. Ja, ja. Oh, das ist das levelend. Ja. So, kann man hier so einen Schrank lupen? Ne, kann man nicht. Ja, schade, 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 schade. Labyrinth, massive tower appears at certain locations, entrance to other dimension? Question mark? Oh Gott, mit Teleportern? Ja. In verschiedenen Farben? Scheinbar. Geil. Ist das die Kampagne oder ist das irgendeine Mission? Also, wir haben einfach die Kampagne gestartet. Nice. I like. Denn die habe ich noch nicht gespielt. Ne, ne, auch nicht. Das ist die Falling an der Wand, ne? Ja. Okay. Exempel statuiert, ne? Ganz klar. Also, ich habe eine Keycard, wenn wir irgendeine Schlüssel rauschen. Ja, dann wissen wir Bescheid. Eww. Zombies. Oh. Oh, jetzt haben wir auf jeden Fall Ausdauer. Boom. Haha. Deloged. Okay. Ja, wir spielen auf schwer übrigens, ne? Das war klar. Hm. Ähm. Und schauen wir mal, wie das so läuft hier zu dritt. Ich bin ja ein guter Dinge, dass wir die einfach rasieren. Klar. Wird schon. Wird schon, ne? Man kann auf jeden Fall Munition auch sammeln. Primär Munition. Ja, und das ist auch geteilt. Ah, ist geteilt. Okay. Sagt an, weil das ist gerade verschwunden, als er es aufgeheben hat. Aufgeheben, Mann. Richtig gut heult im Sprechen. Ich will aufgeheben. Also, du kannst also nur eine aufnehmen, ne? Aufgeheben. Ja, ja. Du hast es genommen, dann ist es bei mir weg gewesen. Ja, okay. Oder bei uns, sag ich mal. Ich spreche mal für uns alle. Genau, genau. Oh, da sind sie, da sind sie. Die haben Bock, die haben Bock. Okay, der fängt schon ein bisschen mehr. In the barrage. Es sind ja auch einige Monster hier. Haha, ist das geil. Altmetall? Wie looted man immer? Das ist crap. Okay, cool. Alles okay. Ich stelle mal das Spiel auf, vielleicht ein bisschen leiser, oder? Stimme 50. Nee, es sollte eigentlich passen. Oh, hier ist das. Was auch immer das ist. 20. 30. Oh, warte mal. Ey, das sieht... Ey, cool. Oh shit, was hab ich da? Ja, ich komme, ich komme. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Eine... Eine Tarnish, ein Ring. Ein mattierter Ring. Wer will ihn? Unser erstes, sieht aus wie ein Super Legendary. Ist das rot? Ja, klar, rot. Rot tut gut. Ich weiß nicht. Ja, vermeide. Ich nehm's. Tarnish Ring. Ey, ich will das auch. Ey, du hast den auch? Ach, dann haben wir das. Ich auch. Check Equipment. Ah, okay, also sowas kriegen wir, aber Munition teilen wir uns. Ne, hab ich nicht. Ne, warte mal, genau, ich hab ihn gar nicht bekommen. Ich hab ihn auch nicht. What? Also, ich bin hier auf Ringe. Seht ihr ja gerade im Stream? Inventory. Verfügbar? Äh. Oder ist es einfach nur... Ah, ne, es ist ein Quest-Gegenstand. Ach so. Deswegen war rot. Ah, ja, ja, ja. Es gibt alles drin. Und die Inscription on the inside reads, to my light in the dark, this ring looks worn, but it well-loved, polished from the engineer. Okay, es ist ein Ring. Es ist einfach nur ein Ring. Wir müssen halt jemanden finden, dem der garantiert. Wir haben ja auch die Briefe gesehen. Äh, irgendeine Tochter lag im Sterben. Irgendeine Frau lag im Sterben. Ne? Wahrscheinlich gehört er ihr. Vielleicht finden wir ihn Vater. Vielleicht. Ja. Gucken. Mal schauen. Oder halt der Ehering vom Vater. Kann ja auch sein. Hat noch verloren. Oder halt... Naja, ich meine, es lag bei einer Eich... Oh, seine Frau. Das ist nicht verstanden, seine Frau. Ich mach erstmal die Tür nicht auf. Okay. Oder doch nicht. Warte, warte. Zeig dir mal, wie man's macht. Ja, ja, komm, zeig mir. Mach mal auf das Brenn. Ist verschlossen. Ah, okay. Warte, warte. Lass mich mal reisen. Alter, gut, die sind drei. Komm, jetzt aber. Ah, ah, okay. Ne. Warte, warte. Okay, nein. Probier doch mal. Vielleicht ist er jetzt... Uh, ne, ne. Ich wollte... Uh, schieß mal drauf. Warte mal, warte mal. Ne, ich geh weg. Schade. Hm, bitter. Ja, es ist bitter. Ganz bitter. Okay. Egal, wir haben's... Wir haben's versucht. Wir haben's versucht. So, da links von uns. Sieh dir das an! Oh ja, Gegner. Oh shit. Come at me, bro. Never mind, bro. Ey, Headshots. Headshots ist... Ja, das läuft. Double Damage. Das läuft? Ja, läuft richtig. Double Damage. Warte mal, ich guck mal, ob's Double ist, weil... Okay, das war auch... Oh, hier ist ein... Richtig dicker. Uh, mehr als Double Damage. Den nehm ich... Den nehm ich mir, den dicken. Es geht ab, bro. Oh, der will dich. Der ist... Uh, der ist heiß auf dich. Oh, hinten. Würde mich auch wollen. Aber sowas von. Aua. Holy shit, hat der Leben, alter. Alter, Leute. Der hat Leben. Der hat Leben. Du, 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 uh. Uh. Ich bin down. Ähm. Ich pull mal den Großen raus. Ich weiß nicht mehr, was mich umgebracht hat. Ich wurde nicht mehr gehauen. Der hat Bock. Komm doch. Na, na, na. Es ist nur noch der Gegner. Oh, warte mal, warte mal. Spiel mal noch ein bisschen mit dir. Nein. Never mind. Oh, ho, ho. Die ganze Zeit vertikal und jetzt dann einmal so in der Horizontalen mich durchgetrennt hier. Okay, okay, ich wollte sorgen, ich war zu lange. Oh, ich danke dir. Erstmal, erst mal porten. Erstmal porten hier. Ach, ich bin voll. Nach dem Rest bin ich voll. Oh, fuck. Ich wollte... Okay, I-Frames gibt's nicht. Hey, scheinbar. Jedenfalls nicht viele. Oh, mach. Ich leg ihn durch. 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 Ja, ja. Ja, bin dran. Nee, ist nicht seine Schwachstelle. Okay. Okay, geil. Altmetall und Dominik-Kristall. Jetzt habe ich auch beides gekriegt, jetzt. Also es ist doch geshared. Ah, okay. Ist ja nett. Habe ich die Munition hier auch für... Ah, nee. Handgun immer. Habt ihr jetzt? Ah, es gibt verschiedene Munitionstypen. Aha. Okay. Müssen wir mal drauf achten, wenn... Shit, ich habe jetzt irgendwas getrunken, aber ich weiß nicht was. Heiltrank. Auf eins. Auf eins. Ja, aber das war auf zwei gerade. Ach so. Na dann, dann hast du irgendeine Usable-Stuff. Vielleicht dieses... Öl-Ding? Inventory-Trace-Map. Ich habe nicht mal im Inventory gesehen, wo es... Es weiß, irgendwo Characters, glaube ich, aufstellen würde. Hä? Okay, ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Wo sind die denn überhaupt, die Dinger? Items? Inventar? Ja. Äh, wenn du... Na, aber da sind... Da habe ich... Inventar-Verbrauchsgüter. Ja, aber... Da sind die nicht. Die Equipten sind da nicht. Ich kann noch nicht nirgendwo sehen, was die Dinger machen. Ich weiß nicht, wie ich da raufkommen soll. Also meine Equipten sind da alle. Also ich habe da nur zwei... Ich habe... Nee, meine nicht halt. Ich habe da mehr Items, als ich in... Inventar habe. Oh, ist noch etwas rotes? Sekundäre Munition. Ich habe schon wieder alles Mögliche da. I'm very, very confused. Ja, ja. Ich... Das ist... Neues Spiel, Leute. Erster Stream, neues Spiel. Müssen wir erst mal reinkommen hier. Erst mal gucken, was abgeht. Oh, shit. Gegner bei mir. Carmen. Naja, alles cool. Primäre Munition. Aber warte mal, das hat jetzt bei meiner Shotgun... Ist das was, was man... ...abgeben muss? Nee. Aktivieren muss? Ah, highly confused. Egal. Zweite Ebene hier oben. Fluxer, kommst du auf? Ich schieße gerade von unten auf den Sniper. Oh Gott, der teleportet. Oh shit, das ist ja hier unten. Wir sind schon mal oben. Du kommst klar? I'm bleeding. Du kommst klar. Ich komme, ich komme. Ja, sicher. Ja, ja. Ich komme so. Ich sehe das doch. Ich spüre das. Ich weiß nicht, wie ich bleed heilen kann und welche meine Konsumme, weil ich nichts lesen kann. Ah ja. Ähm. Hab ich gelesen. Der Verband ist das. Ich habe keine Verbände. Ich habe hier. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Oh, bei mir sind Gegner. Ich gebe es One-Shot und ich weiß nicht, wo er ist. Da ist er. Oh, okay. Ich war so, okay. Ich ziehe jetzt mit dem Hammer durch und staggern sie alle. Ah, okay. Nicht ganz. Nicht ganz. Der eine Typ ist einfach hart rasiert. Seid vorsichtig, das sind zwei Gegner hier oben noch. Oder einer low, der andere... Also einer richtig low, der andere angeschlagen und einer durch unangetastet. Also okay, ihr habt noch Zeit. Ihr habt Zeit. Ich schüriere ein bisschen. Easy. Nee, das war's. Achso. Ja. Hm. Hm. Ah, sehr gut. Eine Sekunde! Ja, ich danke dir. Ich bin da. Ein Sekündchen. Ah, sehr schön. Sag mal, guter. So. Also ich habe hier oben nichts mehr gut gefunden. Okay. Theoretisch weitergehen. Leute, zu healen verbraucht eure Queue. Also das Heal in euch selbst. Okay. Da frage ich jetzt noch drei. Ich habe sowieso nicht. Ich habe Not. Also muss ich auch... Aber ich habe ja... Ich habe ja meinen Heal. Also okay. Warte mal, kann ich die droppen? Nee. Äh, ich weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Sieht schlecht aus. Mh. Mal gucken, was macht das? Das kann ich aber verwenden. Dann müssen wir... Dann muss ich vorsichtiger sein. Als Frontliner. Ja. Einfach rausgehend euch mal machen lassen. Oh, Gegner bei mir. Hm? Ist nur einer. Über dir. Ach der da unten. Über dir auch, ja. Da ist der zweite. Oh, da noch einer. Komm doch. Ja. Ich habe keinen Platz für primäre Munition. Okay. Also ich glaube Munition wird nicht geteilt. Doch. Ja? Echt? Ich habe jedes Mal, wenn ihr jetzt Munition aufgenommen, habe ich nichts bekommen. Ja, weil wir vielleicht Handgun oder Longgun Ammo aufgehoben haben und du brauchst Shotgun Ammo. Ja, also ich habe bisher nur primäre und sekundäre gefunden, deswegen bin ich auch gerade ein bisschen... Ja, was anderes habe ich bisher auch noch nicht gefunden. Okay, und bei mir ist es irgendwie Handgun und Longgun, also ich weiß nicht. Wutstaub. Shit. Wutstaub. Was ist denn Wutstaub? Ja, habe ich jetzt zum Beispiel auch gekriegt. Frenzy das. Dann nehme ich es einfach. Und diese ganzen Scraps und Iron habe ich auch. Ah ja, okay. Dann ist es shared. Es gibt wahrscheinlich Rohstoffe shared, aber Munition halt nicht. Hm. Sehr verwirrend. Boilskin Tunnel. Ah, okay, jetzt bin ich auf deiner... Okay, ihr seid da drüben. Sehr schön. Oh ja, das habe ich auch alles bekommen gerade. Ja, ich auch. Ich habe Blutwürze, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir auf Englisch heißt. Das heilt auch noch. Das ist so ein rotes Fläschchen. Ja, das habe ich noch eins von. Okay, cool. Ja, Sam. Ich habe 0 davon. Easy. Ja gut, haben wir auf jeden Fall gemacht. Wie viel Fall Damage gibt es? Oh, ja doch, gibt ein bisschen. Gut. Gut, voll Damage, ja. Gibt ein bisschen. Nehmen wir mal lieber die Treppe. Ist sie auch schon? Ne, das nicht. Okay. Ich glaube, hier waren wir schon. Also ich bin jetzt wieder hier draußen, ganz unten. Ah, da seid ihr. Ach, okay. Genau, und dann geht es schön weiter hier. Ah ja, genau, Stamina. Ah, Stamina. Muss man ja aufpassen. Man kann durch die Fenster klettern, man kann balken. Easy. Gebaitet. Sehr schön. Ja, okay. Die Munition habe ich jetzt auch nicht gekriegt. Also es scheint so zu. Nur Rohstoff und... Okay, wir gehen jetzt mal nach oben. Ja, dann müssen wir einfach zusammenbleiben und jetzt hier nicht doof sein. Ja, ich weiß, fällt uns schwierig manchmal, aber es ist easy. Machen wir, Leute, machen wir. Wenn ein Dicker kommt, müssen wir den zu dritt auf jeden Fall kiten. Ja. Jut. So weit, so gut. Hier werden wir auch wieder rauskommen. Ah, hier ist eine Kiste. Loot, Leute. Noice. Noice. Sehr schön. Oh, nicht, nicht auch noch. Ich habe auch ein bisschen Loot hier. Hm, schön drüber hier. Oh, John, ist auch noch Loot. Ich gehe noch mal runter. Ja, mach mal. Ich bin gerade hier bei Miko. Wir gehen gerade eine Treppe runter. Ja, da bin ich auch. Ah, okay, cool. Primäre Munition. Genau. Oh, warte mal. Ist die noch da? Ja, habe ich schon. Ich bin low auch auf der primären Muni. Gibt es eine Karte? Ja, es gibt eine Karte. Okay. Ach so, da war das Tor. Genau, da sind wir nicht weitergekommen. Da ist noch jetzt ein Gebäude hier neben uns. Ah, hier ist Loot drin. Schaut ihr mal da rein. Ich gucke mich schon mal ein bisschen um. Kann man eigentlich irgendwie crouchen? Hey, Bandages. Ja, auf einmal kann man nicht crouchen. Alt. Alt, ja. Hier ist ein Gegner bei mir. Adrenalin. Lär Bock. Komm doch. Ja, gut. Oh, da liegt was im Auto. Altmetall, sehr schön. Ja, bei euren. Iron Eisen. Leveln und Lücken. Hm, hm. Hm. Leveln und Gluten macht Spaß. Ja. Ach so, apropos. Oh, habt ihr auch schon ein Level bekommen? Ja, ne? Kein Leveln. Also, hier ist ein Eigenschaftspunkt habe ich bekommen, ja. Ich überlege gerade, was macht denn Teamwork-Bonus? Nahkampfschaden, Ausdauer, Gesundheit. Ich nehme ihn. Let's go. Es ist, ach so, ich habe ja schon hier Krieger, Nahkampfschaden, Vitalität. Hä, Gesundheit. Ich mache das, ich mache das auf Vitalität bei mir, glaube ich. Ja, ja, ich, ich, ich auch. Das ist, äh, Frontline. Ja. Easy. Ich habe auf Teamwork gemacht. Sehr gut. All players mustn't be near in order to travel. Ich habe Angst, alleine in den, äh, Abgrund zu springen, deswegen müsst ihr bei mir sein, bitte. Ja, verständlich. Verständlich. Okay, auf drei. Und los. Ah. Ja, da würde ich auch nicht alleine reingehen, ganz ehrlich. Hm. Überall die Viecher, was erwartet uns, ist auch in der Kanalisation, ne? Und die Kacke am Ende. Aber ich meine, so viel Licht, wie da rauskommt, ist da unten bestimmt eine Rave-Party am Gange. Wahrscheinlich. Ja. Junge, Junge. Mutierte Alligatoren, ich sehe es schon kommen. Backpoint. Uh. Ein Hinweis. Wart auf restliche Spieler. Ah, wir können resten. Ja. So, was, was füllt das alles auf? HP. Ja, ganz gut. Ah, Munition und Drachenherzen. Genau. Oh, Moni. Und man kann dann auch reisen. Sehr gut. Ja, das Wichtige ist, glaube ich, so Drachenherzen. Oh, und Muni, ja. Ja, ja. Und es respawnt uns, falls jemand komplett gestorben ist. Ah. Ah, okay. Ne, also Drachenherzen, das ist die Nummer auf Q, das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Das war davon... Ja, das ist dein Estus. Ja, Mann. Das ist halt wirklich... Ja, stimmt. Oh. Was ist das denn? Kleiner Mini-Berliner. Warte, erst mal angucken. Oh, sehr süß. Ey. Der wollte mal ein Ritter... Der wollte wie ein Ritter werden. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. What the... Sieh dir das an. Ja, genau. Sieh dir das an. What the fuck? Oh. Muffin. Ich werde es kaputt machen. Der... Der explodiert bestimmt. Phantom? Hinter euch, Leute. Hinter euch. Ja. Oh, ist das sonst... Oh, das ist der Boss. Es ist Schraud. Oh, mein Gott. Oh, no. Wir sind done. Ach, Quatsch, kriegen wir ihn. Jesus, crippling, fuck. Das ist er. Vorsicht, da kommt was. Oh, Gott. Jetzt wird er es wissen. Oh, mein Gott. Ja, ja, ja. Panic. Panic roll. Panic roll. Ähm. Plötzlich Explosionen. Überall. Tell me, where, where. Das ist wirklich unglaublich. Wenn der Spawns dann kann, der uns spawnen. Ja, ja. Okay. Dinge, die komisch aussehen, sollte ich nicht einfach kaputt machen. Oh, nee. Okay. Okay. Äh, was? Okay. Ich glaube, so wurde ich auch ausgenockt. Bin mir nicht sicher. Ich war plötzlich dead. Coole Nummer. Okay, erstmal Panic Dodge, weil jedes Mal, wenn irgendwas aufleuchtet. Genau. Erstmal Panic Dodge. So, jetzt würde ich mal kurz gucken. Einen Moment. Äh. Ja, pass auf, sie kommen. Ich guck mal gerade. Wo habe ich denn hier nicht die Helligkeit? Sondern. Horizontale Kameraempfindlichkeit. Ja, ich würde es gerne mal, weil das auch für den Stream angenehm ist, dass es ein bisschen runterdrehen. Vertikal machen wir auch. Gebt mir einen Moment, Leute. Ich bin so verwirrt. Sofort. Zielempfindlichkeit. Genau. So wie sich das hier bisher anfühlt, würde ich nämlich sowieso wahrscheinlich eher draufkloppen. Mit meinem Hammer. Aber wir müssen doch aufpassen, da würde ich nicht abschießen. Stimmt. Wenn du da vorne stehst. Zielfernraumfindlichkeit. Okay, nee, gut. Ja, ich habe an dem einen Fight, ich glaube, es war, ich glaube, du warst Miku. Ich habe da, glaube ich, so 30 Dimension oder so gemacht. Ja, gut, passiert. Kollateralschaden. Ja, ist okay. Ja, so mit ein paar Pistolenschuss in den Rücken für sechs, weißt du. Ist nicht so. Naja, ist nicht so schlimm. Frage ist jetzt, ist der Gegner da nochmal da? Klar ist der noch da. Ist du auf dem Boss? Ja, ja, das ist so die Frage. Oder was? Ich muss die Frage, ob das ein Boss war oder nicht. Ja, aber der hat doch einen großen Hilfsbein. Wieso ist er weg? Vielleicht warst du so eine Challenge. An so einem Schrein. Oh. Ja, das kann sein. Oh, komm schon. Augen und Ohren aufreißen. So für extra Loot oder so. Hier leuchtet was. Aber warum ist er weg? Oh, da, da hinten. Oh, Junge. Ich habe die Position gewechselt einfach nur. Ja, scheinbar. Bitch. Aber. Ich wollte erst mal gerne ran. Da ist der Shroud, ja. Wenn sie kommen. Warte mal, wie kann ich die Kamera wechseln? Durch die Wand schlagen? Hin und ans. Ich kümmere mich um die Goblins von uns. Boah, das Gericht ist gut mit dem Hammer. Das ist ja ein richtiges Teil. Ich kann das echt nicht. Was ist denn der? Ach, der ist auf der anderen Seite. Der ist direkt hier. Er ist auf der anderen Seite, genau. Dann kam dieses AOE um mich rum und ich war dead. Wie viel HP hat der denn? Oder ist der das überhaupt? Weil ich gefühlt war da hinten gerade noch einer. Nee, das stimmt. Das ist der nicht. Das ist noch ein anderer. Der andere hat einen Bogen. Er blockt. Das sind zwei verschiedene. Er blockt. Bruder. Einer rest mich, wenn der so langsam läuft. Ja. Ja, ja, ja. Ich resse. Jetzt rest ihr beide. Ja, nee. Okay. Ja, das hat mich instacillt, ne? Ja. Das gibt auch gut. Nein! Oh boy! Okay, das sind Phantom und Shroud heißen die beiden. Ja. Aha, okay. Okay, guys. Okay, wir müssen dodgen lernen. Ja, wir müssen wirklich dodgen lernen. Was ist denn los? Die erste Frage? Das ist ein schwieriger Wachstuhlziel. Ja, die erste Frage? Auf F ist nicht mehr meine Fähigkeit verfügbar. Weiß einer warum? Weil die auf einer deiner Waffen ist. Ach so. Genau, das ist eine Modifikation. Und wenn du die nicht equips hast, dann... Genau. Und die ist, glaube ich, nur auf der... Auf der Pistole. Ja, auf der Pistole. Ja, auf der Pistole. Na, du kannst die ums Wischung auf eine andere Waffe. Ach so. Das ist, äh... Ah, Modifikation... Okay. Super ausgerüstet. Modifikation ablegen. Weil dann mach ich jetzt mal auf die Shot. Nee, das macht ja keinen Sinn. Ja, sorry. Sorry. Das war... Das war ein bisschen... Nee, habt ihr recht. Auf der Pistole macht es am meisten Sinn. Die Feuermunition. Okay, hier ist irgendwas, was mir Angst macht. Oh, nevermind. Das war nur... Das war die Wolke von dem komischen Pilz. Ja. Also Pilzen. Für den Sehen. Das ist... Erinnert mich an den Pilz, genau. Von dem Muffin-Monster. Ja. Also deswegen. Uh, wenn man den ins Maul schießt, dann nehmen sie extra der Menschen. Ah, das ist mit dem Maul, dass die Schwachstelle abgehend. Ja, bei den Typen, ich hab mit dem Hammer gerade einfach drei auf einmal umgehauen. Gut, gut. Mehr davon. Ja, nice. Na ja, also ich mach den Nahkampf, Leute. Easy. Mini-Monster. Ich muss halt echt nur aufpassen. Du musst nachharten? Ja. Ja man, im Nahkampf kann man die mies gut machen. Vorsicht hinter dir. Ah, deswegen kann man sich wahrscheinlich auch mit Nahkampf nicht hauen, weil dann würde ich euch wahrscheinlich Insta geben. Ja, wahrscheinlich. Irgendwie 130 bis 150 Schaden. Wenn da auf einmal so ein dicker Hammer in den Nacken kommt, ist das nicht schon vorbei. Stell dir das mal vor, halt. Ja, Schlaghammer in den Nacken, weil ich so klettert. Früher dachte man, so eine Nackenschelle ist schon hart. Ich hoffe, der Boss kommt jetzt nochmal. Ich hoffe es auch. Ganz schön großer Dungeon dafür, also ein großer Bossraum. Wenn es überhaupt ein Boss ist. Ich wollte gerade sagen, das fühlt sich weird an. Es fühlt sich so als... Ich tipp auf die... Ich tipp auf dieses Challenge-Spiel. Ich bin infected. Ja, ich auch. Was macht das? Da brauchst du so ein... Der ist hinter uns, der ist hinter uns. Oh Gott, hinter uns, ja. Das ist nicht der Boss, das ist nur ein Phantom. Nein, ja, das ist beides der Boss. Nein, ich wollte wieder zurückwarten und das hat wegen deiner... Eigenschaftspunkt, sehr gut. Also Leute, der Boss hinter euch, er kommt zu euch. Er hat mir einfach übelst gegeben. Also in zwei Hits gelegt. Ich weiß ja nicht. Dabei habe ich fünf Punkte in Vitalität. Oh Gott, oh Gott. Nice, nice, nice. Oh, du bist ein Gott. Lass ihn mal hier rüberziehen in den Rundenraum. Beziehungsweise. Kannst du ihn von hinten abschießen? Ja. Klar. Vielleicht kommt er nicht rüber, dann könnten wir ihn hier... Ich bin Melee! Erfobus mich, er kommt ihn von hinten. Haha. Nope. Nope, das hat das nicht geheilt. Nice. Geist, wie hehle ich ein Infection? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Öl-Elexier... Warte mal, ich dring mal gerade... Ja, das Öl-Elexier, ja. Das Öl-Elexier, ja. Ja, 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 ja. So, Blutung ist mir hier dann da schon. War auch gerade im Inventar und habe gelesen. Okay. Okay, das war jetzt nur einer von beiden. Dann war es plötzlich easy. Ja, vor allem war das ja der eigentliche Leichtere von beiden. Einer ist okay, ja. Junge, Junge. Hier ist noch so ein kleines Vieh, direkt um die Ecke. Egal, den haue ich. Oder auch nicht. Soll ich das Ding hauen? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Gib ihm! Oh! Hinter uns! Hinten! Was kommt mit seiner Animation los? Autsch! Oh, ich habe ihm gerade Headshots gegeben, richtig hart. Da kommen auch noch eine Menge Kleine. Ja, ich... Ich bin am Boss dran. Vorsicht! Er schießt in die Luft, das sind die AOEs. Es ging zu mir! Oh mein Gott! Bei mir kommen auch drei an. Oh, was fehlt, ey. David, David, David. Hinter, hinter, bei mir. Boah, das war ein dicker Headshot. 206, holy shit. Ich habe keinen Headshot, der Junge. Ist der weg? Er hat sich verpisst. Er hat Angst. Oder ist er gestorben? Leute. Ne, ne, ne. Der kann nicht gestorben sein. Der hat da so viel Leben. Okay. 300. Das killt ihr nicht instant. Der hatte mehr als die Hälfte noch. Ja. Der war noch richtig gut dabei, der Junge. Ja, wo ist der hin? Was? Ja, der hat Angst bekommen, ne? Plötzlich haben wir ihn nicht hart verkackt. Da dachte ich, oh Mensch, was ist denn hier los? Hm. Was ist denn jetzt bei den Leuten Phase, ne? Ich habe noch 50%, dann kann ich wieder mal healen. Cool, dann... Dann warte ich. Du bist zur Feuermunition. Da ist er? Ne. Ja, aber irgendwas macht Lärm. Oh. Hier ist noch eine Truhe. Ja. Komm her, Bruder. Oh, David, der kommt zu dir. Ich glaube, es ist noch mehr. Der kommt runter. Besser. Sehr gut, sehr geschimpft. Ey, 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 ey. Da ist irgendwas Großes. Das ist was Großes. Holy shit, der hat ne Minimun. Wand des Wissens. Ich geb ihm. Zieht aggro. Nein, es ist down. Ne, ist er nicht. Nicht? Nein. Achte. Ja, der hat mich gebietschleppt. Der hat mich gebietschleppt. Ich habe seine HP nicht mehr gesehen. Holy shit. Kleine Ratte. Die Weipen haben seine HP verloren. Masterbated. Ähm. Ne? Ja, jetzt ist er down. Oh mein Gott. Sehr gut, Leute. Holy shit. Puh. Das war, das war haarig. Äh. Ich, 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 ich muss mir hier eine Q verwenden. Ja. Eieieiei. Leute. Ich werde mir noch mal, werde mir mein Letzten hier auf jeden Fall aufheben für einen Rest. Ja. Ich backtrack nochmal. Mal gucken, ob ich dem anderen Miniboss vielleicht ist jetzt zurückgeportet. Ich höre hier nämlich was. Okay. Ich, ich, ich check schon mal so ein bisschen weiter vorne aus. Ähm. Dann bleib ich in der Mitte stehen. Das so gut reagieren kannst du. Wir haben hier auch eine Loot-Chest verkackt. Oh Mann, das hat sich schon gelohnt. Ja, gut. Ich habe hier nur so kleine Goblins, die sind kein Problem. Komm doch. Komm doch. Komm noch einer. Noch einer. Easy. Oh, Alter. Die Hammer-Won-Shotted die einfach. Richtig, ey. Fühlt sich gut an, ja. Muss ich sagen. Fühlt sich gut an. So ein bisschen Loot. Oh ja. Oh, warte mal. Ganz ehrlich. Die Punkte verteilen. Ich habe jetzt zwei. Warte mal. Oh ja, die Punkte. Nahkampfschaden. Ich werde mal. Ja, Nahkampfschaden. Vitalität. Was los? Ich werde mal versuchen, squishy zu bleiben. Und dafür meinen Cooldown von meinem Heal zu reduzieren. Hast du da andere Punkte als ich? Ja, ich habe auf jeden Fall andere als ihr. Ich habe Vitalität. Ja, ja. Mikro. Und dann halt der Teamwork-Bonus. Da habe ich Millischaden auf jeden Fall. Ich habe Shadow Walk. Das ist Aggro-Range. Ah. Gut, macht auch Sinn. Wir haben auch verschiedene Modifikatoren. Ja. Vielleicht. Und so. So, jetzt habe ich wieder auf der Zweite ein Item. Äh, genau. Wenn du da bist, Dave, aktiviere ich das mal. Das ist... Sieht aus wie so eine... Ich lege Brand-Munition, weißt du? So. Auf dem Boden. Und ihr könnt euch alle was nehmen. Wir gucken mal. Hier. Durchziehen, Bruder. Ist das... Ist das diese Munitionskiste? Ja, genau. Was macht die? Das gibt dir Munition. Gibt selbst Munition. So, ja gut. Dann nehme ich das mal auf. Dann nehme ich das mal auf. Ist ja kein Teamhenger. Alles klar. Munition sieht gut aus. Da ist ein Dicker. Oh. Oh. Der fokust mich hart. Nee, tut er nicht. Nee, mich. Oh. Hab ich getreten, die Sau. Sehr gut. Bin dran. 117, 117, 118. Jawoll. Er will mich. Ich gebe ihm von hinten. Hier von vorne. Von jeder Seite hier rindern. Sag ich doch. Nice. Sehr gut. Sehr, sehr gut, Leute. Sehr anständig. Die Ammo habe ich gebraucht. Holy shit. Sehr, sehr anständig. Ich brauche Primär-Ammo, wenn ihr findet. Longer-Ammo. Ich habe zwei Magazine plus zwei Schuss. So, hier hinten ist nischt. Oh boy. Ist ja... Nicht so viel. Ich habe aber auch noch eine Kiste im Notfall. Achso, achso. Man, das ist droppen. Nee, kann man nicht. Dammit. Das Eisen. Hier ist Munition bei mir. Hohoho. Ja, nice. Mir liegt noch irgendwas rum, genau. Genau. Okay, nice. Ist das hier der richtige Weg? Nee, das ist... Ring des Pollux. Ring des Pollux. Schauen wir mal. Oh, das ist was zum Ausrüsten. Oh. Ja, das habe ich auch bekommen, tatsächlich. Erhöht der Nachkampfschaden, aber verringert den Fernschaden. In der Ring des Kassos ausgerüstet wird der Nachkampfschaden um 10, das Ausrüstung um 15, die Belastung um 15. Oh, das ist ein Set, das ist ein Set. Ja, sexy. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Nachkampfschaden immer gut. Ja. Gebe ich auf jeden Fall. Fernschaden. Ja, gut, okay. So, dann schauen wir mal, ob man den ablegen kann. Ja, ja. Vielleicht brauchst Kämpfe. Weil da ist wahrscheinlich Nahkampfschaden nicht ganz so geil. Nee, na gut, für mich. Ah, wenn man den doppelt klickt, kann man dann ablegen. Ja, weil ich will den gar nicht haben. Nee. Das ist halt Sniper. Ja, du. I never want that shit. So, ich sneak hier ein bisschen. Oh, da ist der Ausgang. Leute, ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Nice. Wir sind raus aus der Scheiße hier. Ja, Kanalisation, nicht so mein Favorit, bin ich ehrlich. Das war... Ja, das ist alles so eng hier und... Ja, das ist... Ich wollte auch gerade sagen, ich habe so wenig Platz, um mich wegzurennen. Ja. Ja. Also da eben so ein bisschen, dieses Häuser-Kampf hat mir besser gefallen. Geist, gibt es E-Modes? Gibt es E-Modes? Äh... Äh... Ja, genau. Ich habe keine Tasten für gesehen. T wie... Tord? Nee. Z wie Zunder? T-Baggen kann man. Ja, ja, ja. Ja, ja, T-Baggen kann man. Es wird schnell alt. Erstmal, erst mal hinsetzen. Erstmal, erst mal hinsetzen. Erstmal, erst mal hinsetzen. Bevor wir hier irgendwas machen, ne? So. Waffen auf... Du verfügst über ausreichend Ressourcen. Sprich mit Riggs in Station 13. Einmal zurückgehen und upgraden, was denkt er? Oder einfach noch ein Level spielen? Tja. Also, Schurz im Level oder Schurz zum Zurückgehen? Zurückgehen, ja. Okay. Ja, gehen wir mal zurück. Na dann. Einmal gucken, was wir machen können. Es ist... Es scheint ja so zu sein, dass du nicht unbedingt neue Waffen gedroppt bekommst bisher. Mach den anscheinend. Ich meine, wir haben ja gar nichts bekommen von Waffen. Ja, ich glaube auch, du kriegst nicht viel. Es ist mehr dieses Waffen, die du hast und Rüstung upgraden. Ja, ja. Scheinbar. Die Frage ist natürlich, wo der Dude war, stattdessen hier. Rechts am drauf. Ja, nee. Hm. Ich guck einfach mal bei den Händlern, ne? Äh, mhm, mhm. Und gib ihm erstmal. Und ich? Der hat uns doch gar nicht richtig vorgestellt. Doch, haben wir. Du hast mir schon Shit gegeben. Aber hey, du bist heute... Ich möchte handeln. Was hast du denn? Was hast du denn? Na, die Tante, die verkauft Eisen. Schmuckstücke. Ring des Admirals. Erhaltener Schaden wird um 300% erhöht. Aha. Aha. Uh, Dave, das ist so der extra Hard-Mode. Wie in Dark Souls, der Ende Ring. Ring? Ja, ja. Der hat einen Ring des Admirals. Den seht ihr gerade on-stream. 300% erhöht. Und du machst 15% mehr Schaden. Ja, danke dafür. Ja, das ist wirklich ein Hard-Mode. Guter Trade. Lass uns tauschen. Herstellung. Gegenstände verkaufen. Herstellung. Oh, der Mann ist stumm. Äh, dreimal Eisen habe ich doch. Ich kenne Eisen. Ah, hier kann man andere Ausrüstung kaufen. Achso, hier. Hier bei dem Dude. Ah, ja, ja, ja. Ich bin nur mit dem Start. Ach, ich kann nicht mit dem reden, während du mit dem reden bist. Das ist ja unpraktisch. Kann ja mal rausgehen. Achso, warst du schon durch? Ich wollte dich natürlich nicht verdrängen. Ja, nee, ich war schon durch mit dem Typen. Ach, Amok-Geld. Ja, reicht. Wobei, ich habe doch 2000. Wieso kann ich das nicht? Ach, wir brauchen... Glühfragmente. Irgend so einen komischen... Die sind wahrscheinlich von irgendwelchen Bossen oder dickeren Gegnern. Hätten wir den Shadow-Typen getötet, hätten wir bestimmt schon was bekommen. Ganz sicher. Ganz bestimmt, ja. Das ist weird. Ja, den ersten, wo der Helfpark oben war und nicht über dem Typen. Genau, genau. Ja, na, ich weiß, aber wir hatten zwei davon. Ah. Okay. Äh, was ist das? Achso, Aura, das Heil. Ach, guck mal. Hier kann man auf jeden Fall für Geld was aufrüsten. Und für Eisen. Leute, wir könnten uns alle noch den Year holen und auf die zweite Waffe packen, wenn ich es richtig sehe. Hm. Das ist ja vielleicht... Das ist natürlich praktisch, ja. Gar nicht so doof, ganz ehrlich. Kann ich mir noch einen... Kann ich mir noch einen zweiten Heal holen? Es ist direkt auf der Schrotflinte. Mega. Lass uns tauschen. Aber ich hab da eine Null drinne. Ich kann das hier gar nicht benutzen. Das lädt auf. Sicher? Hoffentlich. Bist du dir... Bist du dir ganz sicher? Sieht eher so aus, als ob ich nur irgendwelche Ressourcen bräuchte. Im Sinne von... Sind wir hier fertig? Also meiner lädt auf jeden Fall von sich aus irgendwann auf. Wie dein Hauptskill. Hm. Hm. Vielleicht kann man sich noch keinen zweiten Heal holen und alles andere machen. Vielleicht... Vielleicht wenn wir resetten. Ich hab's erst mal gekauft. Okay, hier kann man sich auf jeden Fall Ausrüstung aufrüsten. Das ist schon mal gut. Ich geb dem... Wo war jetzt der Typ, der die Waffen verbessert? Wo hat? Äh, hier bei der. Okay, danke. Ich bin raus. Hier bei der... Kannst du... ...noch so'n... ...noch so'ne Fähigkeit kaufen? Wer da die Frage ist... Hä, wie komm ich denn da hin? Warte... Bin ich dumm? Äh... Schaut mal auf euer Eisen. Unser Eisen? Oder auf euer Geld. 78 Eisen, ja. Wo, 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 wo? 78, ja? Ja. Äh... Dann komm ich das mal? Immer noch 78. Geht das von euch dann auch runter? Nee. Immer noch 78, ja? Jo. Okay. Passt da draußen drauf. Okay, gut, dann haben wir geteiltes... Äh... Äh, kein geteiltes... Äh... Zeug, ja. Schimmer nicht. Wenn sie... Wenn sie jetzt noch fixen, dass man alle gleich... Dass man... Ich... Ja, ne? Nicht alle machen... Es ist nicht so smart. Ja. Upgrade, yes. Oh, immer noch Schlange. Ja, genau, genau. Mit, 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 äh... Mindestabstand, ne? Zwei Meter, zwei Meter. Nicht so nah ran. Zwei, zwei Meter, zwei Meter. So, so, passt. Einkaufswagen muss dazwischen passen. Bist du in der Hammerrange? Ne, bist du nicht. Okay, dann ist gut. Alles gut. Okay, ich hab einfach alles... Oh, hier gibt's DLC-Stuff. Oh, egal, oder? Okay, ich hab jetzt alles ausgegeben hier. Brauchst du was? Ich möchte handeln. Aufwerten. Ich hab keine Lust zu reden. Gegenstände kaufen? Aha. Ich könnte hier eure Waffen kaufen. Interessant. Hm. In Ordnung. Geht mir den Hammer, Bruder. Und gleich nochmal. Und vielleicht nochmal. Und gleich nochmal. Gib ihm. Ich geb ihm richtig. Verges nicht, kostet Geld und Eisen. Ist okay. Und dann die Brustrüstung, so gut es geht. Bis dann. Das sind die Strats, okay? Das sind die Strats, Miko. Ja. Ja, klar, klar. Und man muss den Fokus beibehalten. Ich will da Marsch, da Marsch. Mehr Schaden, gleich mehr Damage. Und, äh, genau. Ein bisschen, ein bisschen bessere Rüstung. Dann wäre ich auch schon wieder ready to go. Wie sieht's bei euch aus? Ja, bin ready. Sehr gut. Ich hab einfach meine Waffe und meine, äh, Rüstung so viel geupgradet, bis es nicht mehr ging. Und dann hab ich mir sogar noch ein, hab ich mir noch Fire Weapon Stuff geholt. Fire Damage. Sehr gut. Ach, das ist das, äh, die Fähigkeit? Ja. Sehr gut. Hab mir gedacht, ja, wenn ihr jetzt beide Heals habt, dann brauch ich nicht auch noch Heal. Ach. Heal. Die kann man nicht genug haben. Nee, aber Postum, haben wir zweimal Feuer? Könnte Miko theoretisch die Sicht kaufen? Naja, immer zweimal dieses... Ich hab, Heal hab ich, Feuer hab ich auch, ja. Ja, weil... Nee, komm ich mal am nächsten. Warlhack hab ich auch. Am nächsten, genau. Weil dann haben wir alles zweimal. Zweimal Warlhack, zweimal Heal, zweimal Brand. Und ich glaube, dann sind wir auf jeden Fall good to go. So, reisen zum letzten Checkpoint? Ja, klar. Gar nicht erst gucken, wo wir waren. Einfach hin da. Aber warte mal, war der Checkpoint? Das war nach der Tür, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Schön nach der Tür. Und wir sind immer noch im... Nee, warte mal. Nee, das war vor der Tür. Oder nach der Tür? Nee, warte mal. Nein, das ist... Das ist einfach der exakt gleiche Raum. Oder? Copy and paste. Nee, das ist doch alles schick. Nee, wir waren hier schon. Äh, das ist ja... Äh... Guck mal auf die Karte. Drück mal M wie Karte. Ist für mich alles verdeckt. Der Checkpoint? Find Subway Entrance. Ich laufe mal ein Stück hier. Der Lurch. Ja, der kleine Lurch. Jetzt, jetzt kriegen wir ihn. Das war nur vorgebracht. Jetzt ist er dran. Ich bin so weit weg. Ja, sowas von. Oh Gott. Hier, die Saatfeulnis. Na, ich bin gleich da, ne? Ich muss erstmal hier rausziehen. Einmal die Feulnis. Weg machen. Oh Gott, raus, Alter. Was, fein. Oh mein Gott, ich komm hier rein und... Okay, 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 okay. Also, erstmal Selbstmord. Ganz ehrlich, fuck this shit. Reset. Reset. So, und dann müssen wir zusammen durch die Forkdor. Weil ansonsten ist, glaube ich, nichts zu holen. Ey, ich bin rein und bin einfach schon bei 5 oder 6 von den... Leute. ...viechern reingespawnt. Wenn das nicht eure Mainfähigkeit ist, dann habt ihr da ne kleine Zahl über die Fähigkeit, wie oft ihr sie wahrscheinlich jetzt hier benutzen könnt, bis wir an einem Checkpoint rasten. So wie Munition. No, das hab ich nicht. Uses, hast du nicht? Ich kann zum Beispiel nutzen. Ach so, für die... Für die zweite Fähigkeit, hm. Das hab ich bei meinem Will aber auch. Das hab ich nicht. Ach so, das ist bei deinem Heat. Ach so, okay. Das heißt, man kann generell nur zweimal benutzen. Ich... Die Frage ist halt, ob sich deine auch aufladen. Wahrscheinlich dann nicht, ne? Das wird sein. Okay, auch bestimmt schon. Warum sollten das nicht? Oder sind halt einfach nur unike Fähigkeiten. Der Unterschied ist, dass ihr das... Das ist nur die Ability. Ihr könnt die zweimal benutzen, bevor sie... Also ihr könnt, ihr habt quasi zweimal im Inventar, könnt ihr die zweimal schnell hintereinander machen und müsst dann halt warten, bis sie sich aufladen. Die anderen Abilities sind auf einem Cooldown einfach. Das kann auch sein, ja. Oder? Also ihr habt die benutzt, ich nicht. Das würde aber für mich Sinn machen. Äh, viel wichtiger. Haben wir eine Strat? Also, David, du machst die Sicht, ich mach das Feuer, bevor wir landen. Also, äh, die Sicht würde ich nicht erst machen, wenn ein Gegner, wenn ein Ads spawnen. Okay, na gut, die spawnen ja quasi direkt. Ja, na. Aber bleiben wir hier oben in dem Ding? Ist der zweite Boss, wir brauchen keine krassen Struts, ey. Okay, ich konnte nicht durchgehen, cool. Ich konnte wieder nicht durchgehen, cool. Jetzt kann ich durchgehen. So, und jetzt ist es mir gar nichts gespawnt. Okay, jetzt hab ich die Sicht dann. Der Typ ist links. Ich mach's mal hier mit Ads. Oh Gott. Er schießt ihr den Himmel? Er schießt in den Himmel? Er hat zu mir, oh mein Gott, es stunt mich, dass ich nicht wegdeutschen kann. Junge, Junge, Junge. Danke. Okay, der zieht durch. Ja, ich schießt mir einfach den Boss. Ich schießt daneben. Er ist ein Held. Er ist der Held in seiner Welt hier. Mehr, Bruder. Wehe, du sprichst ja, Gelder. Ja, mach doch. Du bist so eine Radde. Dodge. Und noch ein Nid. Oh, der macht dieses Gas irgendwann. Okay, äh, das hat er. Oh mein Gott. Drei. Gar nicht gut. Oh shit. Ich werde gehandelt von der Fähigkeit. Oh Gott. Wir wollen es heilen. So weit, so gut, würde ich sagen. Er ist bei mir. Er ist beim, er. Er ist hinter mich geportet und hat mich abgeschossen. Er ist einfach übelst die Sau. Er schießt in den Himmel wieder. Miko, auf dich und auf mich. Oh Junge. Ah, sehr gut. Sehr gut, ihr seid da. Ich, ich, ich... Mach wieder weg, Miko, sonst killt es uns noch. Soll er dich anzählen. Saatfren ist schon wieder. Oh fuck, ja. Alter, ich konnte es nicht dodgen, das stummt mich. Wenn ich das einmal abkriege, dann trefft es mich komplett durchgängig. Also manchmal kann ich beim noch dodgen, aber jetzt schon wieder nicht. Das ist weird. Das ist das Drachenherz, Mann. Die Animation war doch schon durch. Ah, das ist haarig. Das ist haarig. Das ist haarig. Äh, ihr kommt klar? Ah, Miko. Miko Carry. Oh, oh, er schießt auf mich. Nein. Ich hab voll die Fäulnis im Gesicht, Alter. Nice one. Good job. Ich hab, ich hab keinen Rest mehr. Ich hab zwei theoretisch noch. Es spawnen so viele Ads, ne? Heilige Scheiße, ja genau. Ja. Es ist einfach, es ist einfach. Puh. Puh. Ich mach ihm gut Schaden teilweise, muss ich sagen. Also da war ein Hits mit über 200 Damage. Hm. Einfach übelst in seine Fresse rein. Ich sterbe gleich. Hast du ungefähr noch 10 Sekunden. Ja, er hat mich einfach einmal angeschossen und dann bin ich durch den Fall Damage gestorben. Vom Runtergehen von der einen Etage, weißt du so. Ja, ja. Äh. Okay. Okay, das ist ein hartes Brett, ey. Das ist richtig hartes Brett, Alter. So schwer, what the fuck. Ja, deswegen ist... Ich hätte vielleicht nicht Damage fallen sollen, sondern... Was dann? Ich mein, ich hab beides geholt und es macht keinen Unterschied. Ich werd... Guck mal, wenn er mich mit diesen Explosionen einmal trifft, ne? Da bin ich quasi... Dann stunnt mich die Erste, sodass mich die Zweite dann trifft. Und die stunnt mich, sodass mich die Dritte trifft. Und die stunnt mich, sodass mich die Vierte trifft. So bin ich zumindest gestorben, aber ich bin zwischendurch, hab ich's geschafft zu dodgen. Ich hab nicht verstanden, wieso. Wollen wir das irgendwie planen? Ich meine... Was willst du denn hier planen? Dass du diesmal nicht, Mili, reinrennst hinter ne Ecke in die andere Seite der Map, wo wir nicht sind und dann alleine stirbst? Zum Beispiel. Ja, das wäre da oben... Hier oben links war eigentlich ganz gut. War ein guter Spot oben links? Genau, dass wir irgendwie um dem Gebiet rum spielen und dann halt warten bis jetzt zu uns gut. Ist egal, was wir machen, solange nicht einer von uns quer durch die Arena rennt und dann stirbt. Ja, okay. Ja, ja, ja. Gut, also... Tank, bis vor. Ja, so ganz Tank, ich weiß nicht. Vorsicht, Fäulnis, direkt on spawn. Er ist vor mir. Er ist wieder weg. Er kriegt zwei Schüsse ab und denkt sich, oh, Bitch, I'm out here. Ich bleede, oh mein Gott. Ich geb ihm, ich geb ihm. Das war 46. Du bist so... Habt ihr hier? Genau. Dann bleiben wir jetzt hier oben einfach, bis er wiederkommt. Unter dir sind mehrere Geg... Genau. Nooo. Ich komm an dein Heelfeld, Bruder. Ich mach ihm so viel Damage, hab dir das gesehen? Holy shit. Wenn du kannst, Dave, komm zu uns rüber, wir haben hier keinen schlechten Spot. Ja, ich bin... Ich brauch ein bisschen Support. Wo kommt denn die Saatfäulnis einfach her? Das ist, glaub ich, so ein Art Spell von denen. Okay. Ich hab hier unten auch mal einen Heer gedroppt. Wie komm ich da rein? Ah, hier hinten durch. Es... Explosion. Es hat mich gekillt. Es hat nicht mal auf mir angefangen. Es war vor mir und dann ist es auf mich geswitcht. Oh, es war bei uns allen. Okay, das ist immer auf alle getargetet. Er hat mich übelst... Er hat mir einen Headshot gegeben. Mit seinen komischen Bogen gedöhnt. Auf, 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 die kommt eine Feuernis. Alter, fuck. Jede Menge Gegner im Gang. Und Boss an euch dran. Miku down. Ja, das ist halt so... Ah, nee, der wird dann. Es ist so, dass es uns blockt vom Resen und dann... Ja. Res, res, res. Ja, ich bin dabei. Vorsicht, dodgen. Oh, ich bin da. Ich resse David. Und dann versich ich dich, Miku. Okay. Alter, wieso hust ich einfach? Das ist 10 Meter neben mir gedroppt, die Scheiße. Sollen wir nichts zu tun hier? Ja. Nicht mal hier so simulieren. Achso, ich bin versorgen deshalb. Oh, er ist hier? Ja, er schießt in die Luft. Er schießt in die Luft. Ich hab keinen Dutchman. Nee. Das ist einfach... Boah, das ist wirklich knackig, ey. Shit. Ja, ja. Das ist... Weißt du? Also... Schwierigkeitsgrade gehen ja auch leicht und dann schwer. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen... Wahrscheinlich wären wir hier leicht... Ist ja auch normal? ... im First Try durchgekommen. Nee, normal gibt's nicht. Wow. Okay. Auf leicht wären wir hier wahrscheinlich First Try durchgekommen. Wirklich? Oh Gott. Ich hab... Also... Vorsicht. Er schießt in die Luft. Nee, Dad. Puh. Lebt ihr noch? Nee, absolut nicht. Ich hätte auch schon einen Plan für den nächsten Versuch. Wir machen einfach den Rambo. Wir gehen zu dritt. Wir handeln den Boss einfach. Weil ich hab das Gefühl, Mob spawnen in Wellen einfach nach. Permanent. Ich bin down. Kann ich hier zuschauen? Nee. Du bist tot. Oh, doch. Jetzt kann ich hier zuschauen. Lükser, der Letzte hier. Was hat der Boss so an Leben? Ein Drittel. Schlecht. Na. Jesus. Ja, okay. Okay, cool. Das ist das, was ich meine. Weißt du? So, ich bin dann einfach tot. Ja. Wenn ich das einmal abkriege. Geht. Also ich kann dem Boss richtig viel Damage machen. Ich muss halt... Wir müssen halt nur mal... Ja, deswegen was... Wir müssen nicht in so einen Raum in die Ecke gehen und dann da so lange chillen, weil wir einfach von den... Wir müssen uns immer bewegen. Mach mal das einfach das, was... Alex gesagt, hattest du den Boss hunden. Einfach Bords deep durch. Weißt du? Und versuche einfach, den zu bürsten. Ich meine, vielleicht klappt das auch gar nicht. Dann müssen wir... Weiß ich nicht. Zu dritt wahrscheinlich circlen. Und die ganze Zeit kiten. Aber ich würde einfach mal gucken, ob ein Burst geht. Weil ich mach dem auch übelst gut Schaden, Alter. Wirklich. Das war einfach 170er Hit. Dann 250, 250. Der hat übelst gefressen. Ja. Ich hab ihm fast 400 Damage-Headshots. Jetzt noch mehr, weil ich jetzt Feuer drauf mache. Also über 3... Ich glaub 364 oder so. Hab ich... Wenn ich das richtig gesehen hatte. Packe ich mal meinen... Mod? Ich hab meine Mods mal geswitcht, dass ich Feuer-Damage auf die... auf die Rifle kriege. Oh, und by the way... Das muss ich auch machen. Okay. Die... Die Effekte, die der macht, sind... Modifikation ablegen. Dann auch mal da hingepackt. Oh, jetzt muss ich es aufladen. Ja. Jetzt hab ich keine Heels. Stimmt. Ha. Ja. Ist mir auch gerade aufgefallen. Das ist... Wieso habt ihr keine Heels? Weil wir die Modifikation... Weil der Cooldown dann wieder... Ja. Ach so, die Heels. Ja. Ist dann halt so. Let's go. Okay. Let's go. Er ist direkt vor uns. Nein, er haut natürlich ab. Links, rechts, rechts. Von so viel Range kann ich ihm 228er Heelsschuss geben. Wo ist der? Ich hab die Fäulnis und halt nicht zu meilen. Bei mir ist er. Ja, hat geschossen. Auf mich gut hits. Wo ist denn der? Ist der bei euch? Hier bei mir. Naja, ist wieder weg. Ich weiß nicht. Hier ist er. Mann. Da ist er, sagtest du, oben. Naja, ist er schon wieder weg. Da. Nichts geniehen. Ich komme. Ich komme wieder hoch. Puh. Ich hab nichts gegen die Fäulnis, was mich gerade ein bisschen nervt. Und müssen. Ja. Shit. I got you. I got you. Yo, Drago im Chat. Ein wunderschön. Moin. Redeem, Surprise. Triggert gerade nicht. Oh Gott. Oh Gott. Wo ist er? Ich weiß nicht. Einfach im Bewerbnis bleiben. Hier, da hinten. Links. Na, ich hab dich gekümmt. Warum klappt das nicht? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm. Ich weiß es nicht. Es ist, äh, müsste ich mal danach gucken. Oh Gott. Auf der anderen Seite, ja. Aua. Bullshit. Er schießt in die Luft. Bewegen, bewegen, bewegen. Nein, mich hat ein Mob noch gekriegt. No, ich bin down. Mich hat ein Mob gekriegt. Ihr seid aber instant tot, ey. What the heck. Ja, naja. Wir alle. Ich war halt auf 100 Spiel, leider. Ach so, siehst du, Verbindung zum Chat. Es gab ein paar Probleme. Äh, von der Leistung her im Stream. Mein guter, vielleicht liegt es irgendwie daran. Das Spiel ist sehr intensiv, was das angeht. Ich hab's auch deswegen alles runtergedreht. Äh, ja, kann sein, dass das noch so eine Nachwirkung ist, Auswirkung ist. Ich weiß es nicht. Funktionieren sollte es auf jeden Fall. Schade. Jesus Christ, ey. Warte mal, ich kann mal hier Chat aktualisieren. Er gibt mir auch nur die ganze Zeit so in Verbindung zum Chatzeichen. Ja, so ganz wild ja nicht. Könnt ihr irgendwas redeemen? Ich kann es mal checken, ne? Genau, check das mal. Aber das soll ich noch nicht probieren. Ich hab Schluss gemacht. Ist der Bot überhaupt im Chat? Ich kann den Chat bei mir nicht mal laden. Ja, der Bot ist nicht im Chat. Ah, okay. Keiner dann. Also nur Mobot. Nur Mobot. Dann liegt es daran. Okay. Dann liegt es daran. Ja, gerade hart Probleme. Überleg, ob ich nochmal neu starte. Ähm. Und nochmal eine ganz kurze Unterbrechung. Ja, ich starte mal OBS neu, okay? Dass hier auch alle Features am Start sind. Einen Moment bitte. Oder? Warte mal, geht's jetzt? Jetzt lädt mir auf Twitch schon mehr hier. Nutzer im Chat. Mobot, ne. Hm. Einen Moment, Draco. Geht's sofort. So. Viel wichtiger. Shopping. Der alte Reggie kann mir auf jeden Fall hier helfen. Mit. Hm. Ich war mal Eiltrank hier. Warte mal, ich hab nicht so viel Geld. Ha! Ne, ich hoff lieber Öl. Öl? Ja. Komm. Weil das hatte ich gerade nicht und das hat mich ganz schön hart kaputt gemacht. Ja, ja. Ja, und dann, und dann könnte man direkt wieder weitermachen. So, und Draco fragt. Ich hab mal noch. Ja, 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 was hast du? Ja, mach mal drüber. Ja, okay, okay. Draco fragt, wie findet ihr das Spiel eigentlich bis jetzt? Ich find's geil. Super hart, ey. Super hart, aber es bockt auf jeden Fall. Ich find's besser, als ich's erwartet hab. Äh, und es liegt zum Teil daran, dass es tatsächlich so schwer ist. Ja. Ja. Das stimmt. Ja. Okay, hier gibt's Scrap for free, wenn wir die Kisten kaputt machen, die es hier so gibt. Ah, okay, gut. Dann samst du's nur einen. Wo, 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 wo kriegt man das Altmetall los? Das ist ne gute Frage, ja. Ich kann dir mehr besorgen. Natürlich. Hier, gönn dir ein bisschen. Ich mach hier drüber ein bisschen. Wenn ihr ready seid, gebt ihr Bescheid und berührt mit mir den Kristall. Streichelt ihn sanft. Ganz lieb und nett. Ja, ich bin unterwegs. Ich weiß gar nicht, wo das Altmetall ist. Ist das nicht einfach das Geld? Das kann sein. Das kann einfach das Geld sein, ne. Ja, das ist das Geld. Deswegen ist es auch Gold auf dem Boden. Ah, ja. Gut, macht natürlich Sinn, ja. Macht Sinn, ne. So. Wir reisen zum letzten Checkpoint. Yay. Jetzt aber mal. Reißt euch mal zusammen. Geht nicht mal down. Ja, jetzt mal. Jetzt müssen wir ihn mal geben. Naja. Wie oft ist es jetzt schon gestorben? Fünfmal? Und lass uns vielleicht auf E-Ground bleiben, so gut wie es geht. E-Ground, so gut wie es geht. Es sei denn, wir müssen droppen, weil wir umzingelt sind oder so. Aber dann, selbst wenn wir das zu dritt sind, können wir das eigentlich verhalten, glaube ich. Hm. Würde ich auch denken, ja. Machbar. Allett machbar. Guck mal, ich frag mich gerade, wie ist denn das mit dem Öl? Ja. Erhöht den Fäulniswiderstand. Nein! Okay, let's go. Okay, let's go. Ich hab einen Buff gemacht. Sonst hätte ich gesagt, wir nehmen das Öl schon mal vorher. Wir nehmen das Öl schon mal vorher. Oh, komm. Oh mein Gott, der hat mich gehetched, also quasi. Achtung. Ja, ja, ja. Jetzt, jetzt risen, jetzt risen. Ja, warte, Gegner. Hopp, hier ist ein kleines Fee. Und bei mir ist noch eins. Zwei. Hau sie einfach. Ich bin verseucht, er hustet zwischendurch. Dann heil dich. Bin da, bin da. Das sind Dinge, da hast du natürlich recht. Schwierig, wenn es so viele Action ist. Na, du panicrollst dreimal, bevor du's machst, das ist das. Okay. Ja, I'm dead. Dead. Bin bei dem Spiel noch im ersten Gebiet, ja. Ja, wir, wir quasi. Also beim ersten Bus. Ja, quasi auch. Quasi auch. Okay, es ist wie Alex, äh Alex, es ist wie Dark Souls. Ja, ich panicroll. Stamina, Stamina brauchst du. Wenn du dreimal panicrollst, dann wirst du getroffen und bist tot. Und, und was mich auch hart abfuckt. Wenn du Rennen drückst, dann bleibt das bei mir, also dann bleibt er im Rennenmodus. Das ist so. Weiß ich nicht, ob ich das ändern kann, halt zum, zum Links halten. Ich glaube nicht. Ne. Bevor du noch reingehst, ich hab jetzt doch so'n, ähm, 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 Peppstaub. Peppstaub? Aha. Ja, ja, ich weiß nicht, ob der Peppstaub uns allen was bringt, oder nur mir. Ja, komm, gib uns mal den Staub. Ja, das hab ich doch gerade eben gemacht. Ich wusste nicht, ob das irgendwas anderes von dir ist, oder? Gleichzeitig rein? Ja, sehr gut. Das hat uns alle gebufft. Gleichzeitig rein. Ach, du Sau. Geh weiter, bitte. Ja, ja. Ah, halt nicht. Boah. Oh, das hat ihm nicht gefallen. Ich sage, ja, ich bin tot jetzt. Ich wurde geonshuttet. Lol. Beziehungsweise nicht geonshuttet, aber ich war halt tot, weil du in die falsche Richtung... Statt weiter zu gehen, gehst du zurück in mich rein, weißt du, und blockst dich komplett. Nee, wir sehen mal so. Okay, ich schieß weiter. Vorsicht, schießen. Ja. Vollnuss. Vollnuss, Vollnuss, Vollnuss. Kannst du da reingehen. Das ist nicht instant. Ja, aber... Oh, mein Gott. Meine Fresse, Alter. Ja. Ich, 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 hier. Ganz ehrlich, hier, nimm auch mal. Er hat wieder in die Luft geschossen. Ich bin... Ich kann nicht mal healen, ich bin einfach ins Zentrum. Ich hab wieder Vollnuss. Ich trink jetzt noch was. Shit, ey. Oh, das ist so schlimm. Er schießt, sonst ist es gesicht hinter mir Gegner. Alter, das ist ne Nummer. Okay, nur noch ein Rest dabei. Na, fuck. Ich stress dich. Nein, das ist... Drück doch eben. Okay, hab dich. Hab dich, 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 hab dich. Ich bin auch untergejumped. Wo ist der Boss? Hast du aus den Augen verloren? Was ist die Sau denn? Er schießt in die Luft, glaub ich? War das der Sound? Ja. Ja. Er schießt in... Ach, das ist so ein Bimmler, ist das. Ihr könnt auch, wenn ihr rennt, den Dingern ausweichen. Ja, ja, ja. Das hab ich vorhin schon mal gesagt. Ach, okay. Guck mal her. Wo ist die Rater? Ich weiß nicht. Ich hab hier auch nur Ads. Den ich zwar gut geben kann, aber das ist hier ja nicht Sinn der Sache. Die Ad steht halt irgendwo. Alter. Bruder. Gebt einfach den Ads erstmal. Ja. Wir hatten letztens, als wir Ads geklärt hatten, ewig lange Zeit. Unter mir. Den Boss zu der München. Ich seh den schon nicht mehr. Ich leg mal hier ein Heelfeld. Oh, er ist hinter mir. Hinter dir? Ist da. Ist da. Ja. Nee, Mann. Ich hab nichts zum Resen. Ich hab noch, aber ich bin die ganze Zeit umgegangen. Ist jetzt my bad. Oh, der mit seinem Scheiß hier. In der Mitte. Vorsicht. Er schießt in die Luft. Ja. Jetzt börsten. Börsten, börsten, börsten. Er schießt in die Luft. Okay, nice. Nein, ich wollte da nicht hoch. Das war gut. Ich wollte da nicht hoch. Jesus, take the wheel. Nichts von mir. Ich hab ihn durch die Fäulnis nicht gesehen. Kann ich nicht mehr heilen. Draco, ich glaube, ich werde da ein richtig Problem haben, weil du brauchst du ja. Ja. Ich komm. Also, wir spielen auch schwer, weil es war ja irgendwie leicht schwer, du bist gefickt und wir, ne? Und dann war Fluxybärchen so, yo, komm, mach schwer, komm, leicht ist so easy, hat er ja auch recht. Leicht war langweilig. Genau, also, ich glaube, leicht ist es anständig, wenn du alleine spielst, vielleicht. Aber mach's nicht auch schwer. Du siehst ja, wie wir hier strugglen. Ja. Das ist, äh, nur noch Fluxybärchen im Leben. Oh mein Gott. Ich kann diesen Dinger nicht mehr löschen. Achso, ja, du hast die Fäulnis, ne? Ja, ich hab schon dreimal die Fäulnis gehabt. Ich hab die jedes Mal nicht downgehe, krieg ich sie halt wieder. Das war schon mit der Beste, Mann. Jesus. Spiel auch auswerfen, sehr gut. Oh ja, gib ihm. Oh, die Pro-Stats. Hm. So, machen wir. Wuh, naja. Bisher, ne? Dave carried uns hier jetzt. Easy. Wuh. Hast du noch was zu heilen, Newe? Ähm, nope. Wie viel HP hat denn der Boss? Das können wir leider gerade nicht sehen. Wenig. Ganz wenig. Okay, ganz, ganz wenig davon ist er. Ja, müsste ich, glaube ich, noch. Nein. Was? Was war denn das für eine Range, bitte? Ich bin sogar gerollt. Das waren noch ein oder zwei Hitsen. Das ist bitter. Äh. Äh. Egal. Vielleicht hab ich nur sogar noch ein so ein Hit gewesen, wie, wie, wie kurz vor dieser Situation. Ja, war schwerer zu Ende. Der letzte Schuss auf den Boss bei dir, der war richtig, der war richtig knackig. Ja, der war richtig gut. Richtig gut. Also, ich würd' sagen, gleich wieder rein. So, gleich wieder ran, ne? Ich hab schon wieder keine Consumers. Gleich wieder ran an den Speck. Ich hab noch zweimal dieses Öl. Ich hab nur eine Bandage. Aber ich... Bandage? Bandage war Bleeding, ne? Ja. Macht der aber auch. Macht der Bleeding? Ja, wenn Pfeile treffen, ne? Okay, hab ich bisher gar nicht mitbekommen. Gar nicht, muss ich sagen. Ja. Okay, ähm. Ich mach Brandmunition, dann gehen wir da alle rein. Ne, oder? Ach, ich mach's da drin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, lass mal wieder versuchen, gleichzeitig reinzugehen. Das hat viel gebracht, wenn das nicht so ein... Ja, wir gehen mal alle nach und nach. Na, es ist halt buggy, wenn man alleine rein... Es ist halt... Man kann es nicht so richtig. Okay. Auf. Ähm. Okay. Guck mal. Yo! Ja, perfekt. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da hinten. Du Ratte, du. Oder? Ja, das ist der. Oh, die Ads kommen, die Ads kommen. Da hinten steht er. Ich wollte gerade sagen, der schießt gar nicht, der hat nur gewartet auf seinen Moment hier. Achtung. Ja. Nope. See you later. So, der Boss da hinten, ich hab ne Ad an mir dran. Ja, ich schmeiß mich mit dem Scheiß. Oh ja, da unten, ich seh'n. 500, 500, 500, 300, 300. Oh, mich hat er weggerustet. Ah, einen nur getroffen. Da in der Mitte ist er. Da in der Mitte. Ran an den Speck, Leute. Nevermind, er ist schon wieder weg. Er schießt, er schießt, er schießt. Oh, ich krieg ihn. Ich krieg ihn gut. Oh, ich krieg ihn. Sehr gut. Ich glaube, er war down. Zwei, drei jetzt. Er ist da unten. Achso, du bist da unten. Oh, ja. Ich komme runter. Schießt er in die Luft? Du kannst doch über die Barrikaden auch rüberspringen. Ja, ja, hab ich gemacht. Hab ich gemacht. Ich hab richtig schön Action, weißt du, so Rambo-mäßig. Ich war gevoltet. Er macht AOI. Er macht AOI. Alles klar, alles klar. Was steht denn da? Achso, das war ein Geo. Er ist auf meiner Treppe bei mir. Ich kann ihn nicht. Oh, mein Gott. Du bist down? Was? Ah, komm schon. Ich bin verseucht ins Gesicht. Muss ich jetzt mal heilen? Ich würde mal ein AOI hier platzieren, irgendwo, wo es strategisch sinnvoll ist eigentlich. Achtung, einfach platzieren. Okay, einfach platzieren. Ja, du hast recht, du hast absolut recht. Ich hätte es einfach machen müssen. Ich stand halt so da hinten, allein in der Ecke, gedacht, naja, das ist ja. Okay, Salve Sword oder Dave? Denkst du, du kannst hier gut was rausreißen? Nee, ich kann jetzt nicht raus. Okay. Warte, warte, warte mal. Doch, ich kann euch rü-r-rüsen. Okay, nice. Ich habe Move Speed Buff. Uh, sexy. Das ist immer gut. Ah, der Eri. Ah, kein Heerfeld mehr. Und Gas. Super. Nice. Der tritt nochmal schön nach, der Boss. Da liegen wir... Oh, die Ads. Ah, schade. Ja, ich hatte keine Anzeige, wie lange der Rest dauert. Deswegen habe ich einfach gedacht, okay, verga. Äh, das ist rechts, äh, über, äh, da wo die Leben sind, der Leute. Ah, ja, ja, genau. Das, da ist der Balken, ja. Wisst ihr, dass ich fast durch alle meine Consumables durch bin? Sam. Ich habe jetzt nochmal drei dieser Elixiere. Ich habe eins. Und eine Bandage. Ich habe zweimal Munition und das war's. Oh, okay. Aber ich habe wieder einen Punkt zu vergeben, ne? Stimmt. Stimmt, 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 Leute, die Punkte. Ne, zwei habe ich sogar. Ja, Teamwork-Bonus, wenn man wüsste, was das so macht, ne? So richtig. Ja. Na, Increased Damage Reduction, XP Gain and Mod Power Generation by 5% per Teammate when we've in range. Du hast recht, du hast recht. Äh, ja, okay, cool, 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 cool. Ähm. Ich habe mal ein bisschen HP gelevelt. Ja, ich, ganz ehrlich, hier HP und nochmal Krieger. Und denk dran, den Boss zu pingen. Ja, ja, absolut. Weil der ping bleibt, wenn er teleportet drauf. Das ist extrem wichtig. Okay, ja, das ist wirklich gut. Okay, wir backen wieder da zusammen rein. Ja, drei, zwei, eins. Jo, nice. Ich mach mal an Munition. Sehr schön. Da hinten. Sehr gut. Reiner, rein, rein, da. Erste, fünfte Lamber, ne, viertel. Oh, wir sind so... Ich hab noch stehen. Wo ist er hier? Er ist ja mutig. Er hat der Balls. Ich muss grad sagen. Jetzt, jetzt, jetzt der AOE. Go, go, run, 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 run. Ich tank den AOE einfach im Healfeld. Wo ist er? Ich seh ihn nicht. Doch da oben. Er ist wieder weg. Ah, ne Ad hat mich geschlagen. Ich bin am Boden. Ich komm wieder hoch zu euch. Oh, oh. Ab Division. Da hinten drin. Da hinten drin. Da hinten drin. Komm, ich kenne mal. Ach, da unten ist er. Er ist da. Nein. Er ist wieder hoch. Ich job hier einfach nie fällt. Oh, what? No. Down. Oh, fuck. Die Ad's, die Ad's. Das sind so viele, man. Und da ist jetzt wieder diese Spur auf meiner Leiche. Run, 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 run. Running. Running, running, running. Hast du den Boss gesehen irgendwo? Ich reiß mal Miko. Ja, er ist hier. Ich reiß Miko. Ich mach's aber diesmal ein bisschen smarter, glaube ich. Falls es mich doch was trifft. Ja, du bist halt da drauf praktisch. Ah. Naja, unsterblich. Ey. Run, 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 run. Habt ihr was hier? Ja, der ist. Ich komm schon, lass mich den Rats durchgeben. Nein. Nope. Ah. Kam viel von hinten. Es war so close. Es war so close, man. Ja. Dave, Dave. Spürst du das Gewicht auf deinen Schultern? Ja. Zieh durch, mein Junge. Wir haben ihn so hart geburstet. So hart gebürstet. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die Headshots, die sitzen. Gibt's von Ihnen Schwierigkeitsgraden? Ich hab ein Spiel, das gibt's nur Fahrt oder Despair. Sehr gut. Sehr gut. Ja, manche Spiele... Ja, manche Spiele... Oh mein Gott. Der Boss vor mir ist vorhin, so nach mir ist ein Ad, was ich nicht hören kann oder so und nicht gesehen hatte. Aber, guter Run, guter Run. Es kann nur besser werden. Wir kriegen das hin. Ja, ja, wir kriegen das hin. Und wenn wir heute im Stream nur den einen Boss... Das ist darauf hinauslaufen, aber das ist scheißegal, Mann. Machen wir. Das regeln wir. Das regeln wir doch. Das ist nicht so schwer, wenn man sich mehr bewegt und nicht irgendwo hängen bleibt. Ja, ja. Ja, aber wenn wir uns hörenbleiben, dann geht das vorher. Und ich muss sagen, die Ads waren ziemlich zentriert. Das war nicht wieder, dass irgendwie in jeder Ecke so ein Kack wie hier ist, sondern die waren halt dann ein Mob von 5, 6. Nein, ich bin... Ah, egal. Ja, das ist auch noch ein Satz, ja. Leinten? Shit, nicht auf dem Piegelwesen. Hier drücken. Alter, ich bin schon wieder fast tot, ne? Ich hab ihn nicht mal gesehen und bin fast tot. Render, Render, Render. Okay, ich mach mal Wallhacks. Ja, mach mal Wallhacks, sehr gut. Äh, achso, haben wir das nicht bekommen. Ne, haben wir nicht. Ne, ich tippe euch. Was ist da? Was ist da? Was ist in der Mitte? Wir haben so scheiß Minions überall, Mann. Ich droppe ein Heerfeld. Da sind doch bei mir überall Fischer. Okay, hab dich, 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 hab dich. Oh, ich geb den Boss, ich geb den Boss. Gesehen, gesehen. Richtig schön gemacht. Sehr gut. Bohren Granaten. Das, das, das fehlt mir so ein bisschen. Alter, richtig, der E-O-I. Oh, fuck. Wie kommst du denn hier? Ich hab ein Heerfeld. Nein! Oh, 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 oh. Der wirkt doch unten, glaube ich. Der wirkt doch unten? Nein! Ich war direkt da drunter. Ich glaube, ich bin da. Ich wurde richtig... Oh, Sliden. Leute, aus dem Rennen in die Hocke, da slidet man. So in Deckung. Ja, das hab ich vorhin schon gesagt und gezeigt. Achso, okay, entschuldige. Jetzt will ich mir so alle Beine naschen. Ja, das ist aber, glaube ich, nicht ganz so krass. Und auf den Weg zu dir, David. Yo, yo, ich bin gerade total free. Alex hat alle Mops. Alex, Vorsicht, du hast alles bei dir. Ja, ja. Ich hab mich ja... Ich war im Penning. Weil Boss und Ding sind die... Ja, ja. Egal. Ich sag, ja, beweg dich und bleib mich. Du bist die ganzen im gleichen Raum. Ja. Ja, das ist es. Ja, der Boss ist auch zweimal auf der Stelle gesprungen. Da war ich dann ein bisschen greedy, weißt du? Er ist quasi vor mir einfach auf die Stelle teleportiert. Da war ich so, ja gut, nehm ich mit den Kollegen. Ich geh rüber zu Alex. Genau, ein drittel. Was ist das eigentlich mit dem HP-Wer, meinem Boss? Warum ist der so? Warum ist der was? Warum ist der noch so groß? Er ist eine gute Frage. Äh, nein, warum ist der weiß? Das weiß ich nicht. Ich hoffe nicht, dass er sich heilt. Ich bin halb down. Ihr habt also noch Zeit. Ah, die Seuche. Die Seuche. Kommt hoch, Hanna, kommt hoch. Ein Gegner. Na, die AOEs. Siehst du das? Wie ist mich durchgegengestunnt? Richtig hart gestunnt, ja. Ich hole Alex. Ich bin gut. Ich kann nix tun. Vorsicht, hinter dir, hinter dir. Nice one. Da kommen noch mehr, drei. Ah, fuck. Egal, ey. Egal. Egal. Wir sind ja mittlerweile konsistent hier besser. Am Anfang haben wir ja nicht mehr den ersten Barren gemacht. Und der ist einfach vorbei. Ja. Komm zum letzten Balken. Da waren wir durch. So, alles verbraucht. Einfach übelst rasiert worden. Das ist jetzt einfach eine Wall. Die müssen wir einreißen. Und dann läuft es. Ist es bei euch auch so, dass ihr einfach quasi in einem Hit fast sterbt? Nee. Ja. Also ich hab da noch, ich hab da noch in etwa ein Fünftel HP. Ja, genau. Ja. Ja. Können wir? Ja. Ja. Ach wirklich, ich hab uns gesehen. Da drüben. Oh, Bruder. Oh, er ist da hinten. Okay. Ich muss hier so ein bisschen durch die Fäulen ist. Ach, passiert schon. Ja, Brudi. Schönen guten Tag. Schön, dass du dich eingeschaltet hast, mein Guter. Gegner nur am Rumspringen. Er schießt in die Luft. Ja. Ja. Haltet den Ping immer vor, Shopping. Ja. Da drüben. Alter, die Explosionen auf einem, ne? Die sind so freudig auch. Gar nicht gut. Ich hab noch nicht mehr... Er macht wieder AOE. AOE, ja. Ja. I'm running. Oh, da unten links. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nur unterwegs. Ja, genau. Schießen in die andere Richtung. Okay. 373. Wie viele Ads bohrt der denn auf einmal? Was zum... Ach, das schmerzt mir auch gerade. Was? Bruder. Fünf Stück auf einmal oder was? Ja, ich geh da an. Ja. Nee, geh ich nicht. Doch, nevermind. Ja, doch, doch, doch. Hm? Doch, 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 doch. Ah, ist das bitter. Wie viel Leben hat der noch? Ah, wie bei der... Unter der Hälfte. Unter der Hälfte, sehr gut. Ja, offensichtlich erst mal in Healfeld platzieren und dann rezen. Sehr gut. Erstmal die AOE. Erstmal den AOE. Mhm, genau. Sehr schön, sehr schön. Rezen. Schöner Rez. Oder auch nicht. Ey, das ist... Der Impact, sobald das Ding landet. Damage macht. Das ist richtig haarig, Alter. Kirsten, Healfeld. Ja. Geh mich dran. Ja. Ja. Ich geh einfach wieder. Ist einfach... Puh. Zu viel. Gegner im Gang. Dave, drei hinter dir. Können auch vier sein. Ich kann. Ich bin die ganze Zeit one shot. Und hab keine stamina. Ich hab fünf. Und es sind noch mehr gespawnt. Alles gut. Passiert, passiert, passiert. Ja, wir dürfen einfach nicht down gehen. Wenn jemand down geht, geht alles an Arsch. Oder wir dürfen nicht immer versuchen, so krampfhaft zu healen, glaube ich. Das kann es vielleicht auch sein. Das ist immer so, ich gehe hin und dann gleich suiciden, um den Heal zu kriegen. Das ist immer... Ja, weil... Weißt du, jedes Mal, wenn ich anfange, den Heal kommt, gefühlt... ...diese Saat-Fäundnis-Explosion. Ja, die kommen immer, permanent, ständig, überall. Ja. Das ist haarig. Oder du musst sie mal abwarten und dann direkt nach der Explosion reingehen für den Heal. Ich mein, ich bin auch permanent eigentlich... Ich hab die ganze Zeit den Infacted-Debuff drauf. Ja, ja. Aber du kannst halt das Röcheln mit einem Dodge unterbrochen. Uh, das ist gut zu wissen. Er portet. Ingen den Boss. Jedes Mal portet er und du hast ihn nicht... Ich pingst ihn nicht. Nee, warte mal, das ist dumm. Ja, nee, war dumm. Nee, ich habe... Nee, nee, nee. Okay, reset. I guess. Ja. Okay. Okay, passt auf. Ich werde jetzt einfach gar nicht auf den Boss gehen. Und ich werde euch den Rücken frei halten. Weil David kann ihn ja gefühlt across the map snipen. Und ich muss halt immer ran. Ob es Schrotflint ist oder Hammer. Auch wenn es Schaden macht. Ich halte dir einfach den Rücken frei, Dave. Und du snipest ihn. Ja. Ein echter Strategie, das ist ja krass. Wenn der so close ist... Ich mache ihn richtig schnell down. Er portet halt von mir weg. Und dann kann ich nichts machen. Das porten. Also wenn er das, was er bei dir gemacht hat, dreimal direkt an der gleichen Stelle jumpen, dann ist er tot. Egal wie viel ich PR. Okay. Let's go. Wenn er halt jetzt hier nur 2 Meter portet... Ping ihn, ping ihn, ping ihn, ping ihn. Ne, ich habe natürlich die Wand hinter ihm gepinkt. Äh, hier rechts, rechts ist er. Dieses Ping-Feature ist weird. Oder? Da ist er. Ja, die Shotgun macht halt nichts. Ich kann jetzt ein bisschen Pistolen munizieren. Wo bist du? Ich dachte, du wolltest den Rücken frei halten. Ja. Run. Running. Gut, hinter dir rennen, wenn die Dinger kommen. Ich droppe mir ein Heelfeld. Der Heelfeld, der kommt einer hoch. Vor mir ist ein 2, mehr oder weniger. So, ich bin bei dir. Der Jeep schießt. Sehr gut. Ja, die Seuche hier. Komm, scheiß auf die Seuche. Wo ist der Boss? Er ist immer noch da. Seuche. Er schießt in die Luft. Hier. Ich bin von dir getrennt, Dave. Ich hab ja. Ich geh runter. Okay, da bist du. Ich sehe dich. Bin unterwegs. Ja. Ich blute immer noch. So, bin bei dir. Bin bei dir. Hab noch ein Heelfeld ready. Was ist hier oben? Ah, die, die. Ja, die ist dann eine Explosion, nämlich gerade einfach. Da ist er. Ich bin an dem Boss. Erzclean, Erzclean. Ja. Was ist hier? Ich bin jetzt auch endlich mal wieder bei euch. Ist er weg? Ja, oi, 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 oi. Vorsicht, sagt Freundes. Das sind immer mehrere Explosionen gleichzeitig, Alter. Oh, oi, oi. Ja, ich, ich, ich gehe, glaube ich, da. Warte mal, ich ne Bein, Herz. Äh, unter mir Gegner. Ich hol, ich hol mir die mal. Mann. Du warst das in der Mitte dort? Ja. Nein! Er schießt in die Luft? Ich weiß nicht, was mich abgeschlossen hat. Die Saat hat dich getroffen. Äh, nein, das war davor schon. Die ist erst danach gekommen. Glaube ich zu mir. Oh, Mann, erst mal abwisten hier, Junge. Shit. Shit, der Boss hat mich geschossen. Keine Heals, Bruder, keine Heals. Ich bin gleich da. Ja, sehr gut. Clear, Erz. Du stehst nur rum und machst nichts. Diese Dauntime ist das, was uns killt, weil einfach mehr Erz und mehr Erz und mehr Erz spawnen. Ja, vergiss es. Na, oh. Oh, die sind auf euch. Hier unten richtig viele. Vier, fünf. Erz. Der Boss. Und der Boss. Ich kann nicht viel sehen, so durch die Wolke. Ja. Oh, Gott. Ja, erst mal einfach die Wolke auf mich. Ich kriege ein AOI ab. Das läuft nicht schlecht, glaube ich. Ich habe keinen Rest mehr. Da hinten ist der Boss. Ich habe auch keine Healings mehr. Bin dran. Boss direkt an mir dran. Schießt in die Luft. Alter, der ist so sick. Erster Boss in dem Spiel auf schwer und... Oh, auch für eine Explosion wieder. Die Infektion, ey. Ja. Ja, dieses Husten. Das ist dann auch ziemlich freudig. Ja, das ist mir was. Zum nächsten Spiel. Da. So, sind wir auf dem Fluxybärchen. Oh, mein Gott. Er schießt in die Luft. Oh, Gott. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, knapp. Wenn du den bekommst. Nice. Sehr schön. Ausgezeichnet. Naja, haltet mir die Rücken frei. Kann ich noch irgendwie ping hinbei? Nee, kann ich nicht. Boss direkt vor Dave gerade. Es ist einfach so viel Action. Es ist pure Action. Nein, ich habe eine Rolle verpackt. Ich hätte es. Mann. Er schießt in die Luft. Wie viel Leben hat er noch? Äh. Etwas mehr als einen in den Balken. Er ist so low. Hier fällt. Das ist wie dann, wenn ich Consumables hätte, dann wäre ich nicht tot gewesen. Hätte ich überlebt. Wir könnten ja nochmal shoppen gehen. Ne, Consumables und dann jetzt hier mal das Vieh kaputt machen. Oh, Gott. Ne, die Blutung war das gerade, wa? Ja. Ne, er hat Range Attack gekriegt von den ganzen Mobs hinter ihm. Gut, also wir reisen zurück, kaufen Consumables. Von welchem Geld? Ach ja. Ach so, naja, wir haben ein kleines bisschen, aber... Nicht so, dass es was bringen würde. Ich glaube, kaum Consumables. Ja. Also, ich würde es nochmal versuchen und Alex, du bist... Du sagst die ganze Zeit, okay, du bist... Du kannst nichts gegen den Boss machen, warum killst du dann nicht einfach permanent Ads? Und ignorierst den Boss fast vollkommen. Ich meine, es ist doch immer nur die Ads. Also, mich killen ständig Ads. Also, immer weil die plötzlich vor mir sind oder hinter mir sind oder mich am Nachladen hindern oder wenn ich heele, mich hitten und so. Ja. Ja, mich killt meistens AOE und Saad. Vor allem die Saad-Schasser. Boss direkt vor uns. Das ist nicht so schwer zu dodgen. Eigentlich. Boss wieder weg, da hinten? Ne. Da unten. Da unten. Hand mir dran, sehr gut. Boss da? Ja. Bin hinter dir. Laufen? Ja, genau. Boss hier? Ja. Er ist in der Mitte, ich kümmere mich drum. Guck mal, ich kann... Ich habe jetzt die ganze Zeit Free Shit auf dem Boss gehabt, weil... Der Boss versucht ja die ganze Zeit, mich zu snipen und das kann ich easy dodgen, während ich ihm Damage mache. Ich werde nur von Ads gekillt. Explosions? Ja, ich renne. Ich habe euch voll verloren. Was ist wieder in der Mitte? Was ist in der Mitte? Okay, ja. Ich sehe ihn. Guck dir das mal an, wie schnell das geht, wenn ich einfach mal dazu komme, den Boss zu attacken. Ja, du brauchst wieder da oben. Ich bin nämlich auch gerade einfach nur... Boss aufbringen. Ich bin gleich bei dir, Lex. Okay, ich bin hinter dir. Dropper gleich in deinem Heelfeld. Alex, einfach Heelfeld brauchen. Achso, ja, ja. Heelfeld. Ich meine das so. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier fällt es hier in der Mitte. Ich bin beim Boss. Oh, no, jetzt zieht er auf mich. Schaden, er ist weg. Mitte, Mitte, Mitte. Es war... Ich habe in die Wand geschossen. Er ist wieder weg. Mitte. Run, 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 run. Er ist da oben. Oh, hier ist die Seuche. Oh, ich bin noch... Okay. Ein Gegner bei mir. So, fast. Zwei Explosionen bei mir. Ich bin... Alles cool, alles cool. Sehr gut. Wir haben ihn fast. Ich habe ihn. Nice. Nice. Ich habe es geschafft. Ich wusste immer noch. Guck mal, wie easy das ist. Schattenholz. Oh, Glühfragment. Das sind die Dinger, die... Mit der prima Rüstung, ja. Wertvolle Ressource. Er schon von mächtigem Waffen-Nurz. Ja, nice. Level-Up war auch dabei. Oh, ist so ein Shit. Wir haben hier ein bisschen Ausdauer. Okay, also ich muss mal sagen, ich wurde jetzt von nichts abgefuckt. Mich hat nichts attackt außer der Boss. Also bis auf zwei von den kleinen Nets oder so. Weil ihr beide einfach Ads gemacht habt. Und ich habe immer den Boss so krass geschreddet. Nice. Machen wir das jetzt am besten jetzt immer so, wenn es so ein Range-Boss ist. Gucken, wie es dann beide so an Melee-Bossen ist. Ich meine, ich kann auch gut Ads clearen, aber ich glaube, ihr seid genauso gut oder besser am Ads-Cleaner als ich. Und ich habe ja sowieso nicht so viel Munition. Als er wieder neben mir stand, gerade schickt, da habe ich mir einfach gegeben. So, da hat er mich nicht mit seinem Kack-Pfeil getroffen. Schön die Hits ins Gesicht. Ich bin da nicht so schnell hinterher. Das ist so vor allem. Und ich muss sagen, ich muss extrem aufpassen bei dem, wenn die Attack kommt. Das hat uns gesplittet. Also diese AOE schießen in den Himmel attack. Das war ein bisschen... Justice Reigns from above. Da dachte ich mir dann, ja, ich bleibe hinter den Rave. Man kann halt nicht hinter den Rave laufen, ja. Aber das ist ja okay. Du musst ja nicht auf meinem Arsch gammeln. Du musst einfach nur die Ads killen. Ja, nee, genau. Und dann... Wenn du woanders Ads killst, dann kommen die auch nicht zu mir, weißt du? Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Ist hier noch irgendwas an Loot? Das sieht so verdächtig aus. Ich glaube, der hat uns das halt. Nein. 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 Ich glaube, das war wirklich nur die Arena hier. Das Level. Uh, endlich mal den Boss hier, ey. Und dann haben wir das. Ja. Aus hier. Ja, Leute. Nach einer Stunde. Ja. Meliatek's aufladen. Füllen wir laut auf. Man kann Meliatek's aufladen? Ja, so ein bisschen Charge. Ein bisschen stärker machen. Langsamer. Du hast ja wissen. Du hast ja wissen. Wenn du gedrückt hältst. Vielleicht mal ausprobieren. Warte mal, waren wir nicht am Anfang? Ja, stimmt. Oh, dann macht er so ein Doppel. Bei mir einfach ruf da. Jetzt können wir... Ach nee, wir... Ach, wir sind jetzt hinter der Tür, Leute. Kartentechnisch. Ja. Da, wo wir vorher nicht durchgekommen sind. Ja. Ja, alle schön am Husten hier. Alle Corona. Alle haben Corona. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ich glaube, ich wurde nicht... Ich wurde nur von ein, zwei Feilen getroffen. Im ganzen Boss. Ich war... Ich war zwischendurch eingeschlossen, so. Um mich herum an drei Spots. Einfach die Seuche. Ich dachte mir... Uh, look at this. Nice. Großer Checkpoint. Einmal zurückreisen oder was sagt er? Oder einfach nur... Ach. Wir können einfach weitermachen. Mir egal. Komm einfach weiter. Es kommt ja jetzt kein Boss. Achso, aber wir müssen uns alle ausruhen. Also einmal anklicken, Dave. Danke. Dann ist die verdammte Seuche auch hoffentlich... Ja. 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 Verbrauchsgüter. Ja, ja. Verbrauchsgüter. Hm, haben wir mitbekommen. Ja, haben wir schon kennengelernt. Oh ja. So, was ist das hier für ein Brett? Ich meine, da ist die Tür. Das könnte... Ja, da ist die Tür. Kann man... Kann man die Tür jetzt einfach aufmachen? Ja, ja, klar. Guck mal. Ist einfach hier mit hochheben. Genau. Sehr gut. Sehr gut. Hm, frische Luft. Ja, aber... Abkühlung... Äh, Abkürzung. Abkürzung. Abkühlung. Einmal frische Luftzell reinlassen. Krasser Baum, ey, wa? Ich fand mich fast der... Ich wollte auch kurz sagen. Den größteartigen Baum zu verstellen. Okay. Okay. Randa, der lebt? Ähm. Der lebt? Ja, habe ich was gepasst? Oh, überall um uns herum. Oh, oh, oh. Okay, gut, gut, gut. Ich, 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 ich hau den Baum, ihr macht das schon. Ja. Ich kann ihn gar nicht so richtig treffen. Jetzt. Es sind viele. Guck da hin. Ich bin Holzfäller. Ja, ich bin Holzfäller. Ah, okay, ich mach mal richtig Damage hier. Ja, hier. Okay, warte mal. Hier, jetzt mal Damage auf den Baum. 500, 400, 400, 400, 400. Und burn. Er ist fast tot. Versäuchte Götze. Drücke C um Ausrüstung. Okay, alles klar. Äh, wir haben Loot gekriegt. Rüstung suffiziell zum 30%. Okay, das ist nice. Amor ist gut. Amor ist immer gut. Ich mach mal hier den hier. Ja, wie nice. Hallo. Oh man, es gibt einen neuen Eigenschaftspunkt. Was? Wiederbelebungsrate. Ich hab einen anderen. Ich hab Will to Live. Das ist Wounded Health. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Aber ich... Ich hab keinen bekommen. Trade Info da. Hä? Hä? Wie? Hast du keinen Trade gekriegt? Bist du auf 18? Achso, nee. Siehst du, ich bin 17,5. Äh, fast 17,5. Naja, du hättest vielleicht mal eine Experienced Potion Boost Shit nehmen sollen, so. Achso. Ja. Erhöht erhaltene Erfahrungen um 25%. Hätt zwei Stunden lang und überdauert den Tod. Gut zu wissen. Wir kriegen hier die ganze... Siehst du, das ist schon mal ein Level, was wir gekriegt haben. Das ergibt natürlich Sinn. Ja, na gut. Ja, na gut. L2 Stunden hättest, hätt ich das mal gewusst. Hätt ich am Anfang gleich nicht müssen. Naja, was soll's. Und ich hab Teamwork geupgradet. Ich weiß nicht, ob ihr das habt. Äh, nee. Das haben wir ja. Also ja, hab ich, aber nicht geupgradet. Ja, siehst du. Ich dachte, das mit dem Mord, damit mein Heal schneller... Oh shit, ein Dicker. Feuer. Woo! Ja. Oh, außerdem das Will-to-Live hab ich freigeschaltet, weil ich zehnmal gerest wurde. Ah. Bitch, schlepp mich nicht. Ist meine Aufgabe. Ich hab mich wahrscheinlich das mit der Wiederbelebungsrate freigeschaltet, weil ich dann nicht wiederbelebe. Ja, das könntest du mal nachlesen. Das kann sein. Ich brauch mal so ein paar Gegner. Ne, ist ja immer gut. Ah, X. Auch noch. Das, ja, zehnmalige Wiederbeleben eines Teammitglieds erhalten. So. Wer will noch was? Da hinten? Sehr gut. Ja. Dann würde ich sagen, einmal hier ins Gebäude, oder? Mal gucken, was hier so an Loot rumliegt. Ja. Absolut wenig. Oh, Moment. Da drüben sind auch noch Gegner. Hier ist... Gar nichts. Das war's schon. Keine Treibung nach oben? Nichts? Ne, gar nichts. Das ist untereinander. Lausige Bude. Bisschen, ja, ne? Das war bestimmt schon... Dann gehen wir mal in das Hotel da drüben, ne? In dieses kleine... Ja, ja. Guck mal. Das sieht doch so aus, als ob es ein paar Stockwerke gibt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Auch nichts an Loot. Ist ein bisschen mau hier, würde ich sagen. Die Verteilung vor allem, ne? Kann ja auch in so kleine, unscheinbare Räume, so ein bisschen was einfach hinlegen. Ist doch was. Ja gut, da. Aber ich meine jetzt die anderen fünf Räume, in denen wir schon waren. Ja, du kannst ja ständig überall Loot kriegen. Aber, aber, aber... Und wenn du das so balancest, dass du so ständig überall Loot kriegst, dann kriegst du zwei Scrap oder so in jedem Raum und es lohnt sich halt auch, dann irgendwie nicht aufzuheben. Stimmt auch wieder, aber ich glaube zwei Scrap hat es sogar da auch nur in dem einen Raum aufgesammelt. Sag ich ja. Oder, oder das ist das geteilte Loot und eigentlich wären es sechs gewesen. Das kann natürlich auch sein. Uh, hier war ein Iron. Ah, ne, geht gut. Ah, oh, One Iron. Ja, genau. Bei mir auch. Ja, vielleicht sind es im Solo-Spiel drei. Oh, nein. Da links ist ein Gegner. Oh, na was. Da hinten sehe ich Loot. Da ganz hinten. Ich sehe hier auch Loot. Überall Loot. Du hast auch eine Sackgasse. Okay, dann komm doch. So, und es ist zweimal Eisen. Hm, Leute, dafür steht man morgens auf und begibt sich hier in diese Welt. Ja, Eisen ist wichtig, ne? Ja, ja. Wie soll man Eisen mal sterben hier? Sowieso. Ich frage mich, ob man nicht so ein Auto ausschlachten könnte, aber... Ne, wahrscheinlich nicht. Es wäre zu einfach. Ja, das wäre natürlich... Da im Haus. Genau. Schauen wir mal. Erst mal hier so schön durchs Fenster. Parcours, sag ich dir. Oh, hier oben ist Loot. Ja, hier unten ist Loot. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Was macht ihr da schon wieder kaputt? Alles. Ah, der gute Tisch. Der gute Tisch. Das waren nur Paletten. Achso. Die guten Paletten. Ey. Das habe ich gesehen. Was? Ja. Nope. Nee, komm. Am Ende stirbst du noch, wegen jetzt zwei Damage, die ich dir mache. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Ich habe aber... Ich habe einmal HP gelevelt, also. So, ja, dann. Fünf Damage. Oh, shit. Oh, 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 oh. Miko hat hier Gegner. Klingt ja so, als hättest du die Waffe geupgradet. Ne, habe ich nicht. Absolut nicht. Band des Wissens. Ah, des Wissens. Eigenschaftspunkt. Äh, da hat er uns ein Gegner. Ja, geil. Die wollen Action. Coming. Boah. Oh, da. Einmal gepikst und gestagert for life. Soll ich mal ein Heal dropen? Warte mal. Soll ich mal Loot? Warte mal, hier, hier. Ein bisschen heilen. Heavy Band des Wissens. Ich habe keins. Ne, na, äh, du hast auch einen Eigenschaftspunkt bekommen. Das habe ich von... Ach, das ist dein Eigenschaftspunkt. Ja, ja. Ja, aber das klang wie so ein dummer Ring wieder. Ach so. Ja, Band des Wissens. Ja, macht Sinn. Ja. Oh, wir haben vorhin auch irgendwas bekommen. Verseuchter Götze. Rako fragt gerade, hast du doch irgendwann mal Lust, oder irgendwann mal vor, das Anime Soulslike zu spielen? Äh, welches Anime Soulslike? Wie war dein Name? Ähm. Code Vein. Ah. Ah, ja, stimmt. Hat man schon mal drüber gesprochen, ne? Kann das sein? Mhm. Ja, Lust zu spielen? Ich weiß nicht, vielleicht. Muss ich mir mal angucken, wie die Reviews waren. Ob es denn auch ein anständiges Soulslike ist, von denen gibt es ja leider doch zu viele. Mittlerweile. Und, äh... Das ist wirklich so. Das ist halt, ne? Dark Souls war ja populär. Ich meine, es gibt so viele, dass es die Kategorie auf Steam gibt. Dass es genau eine eigene Kategorie ist. Just saying. Die allerwenigsten machen es halt gut, ne? Die versuchen alle irgendwie an die Dark Souls-Formel so ranzukommen, aber es ist halt immer so... Äh, nee. Äh, mach mal nicht. Hättest du mal nicht machen dürfen. Oh, hier ist ein... Seht sich schon mal das mal an. Wenn so ein Sailor ist, kann man das ja mal mitnehmen. Kann man mal spielen. Ja, klar. Komm, wir in den Supermarch. Und ist das eine U-Bahn? Ich wollte gerade sagen, das ist... Das sieht mir aus wie so eine U-Bahn. Richtig fancy U-Bahn. Ey, dann geht's ja wieder nach. Ja, na. Es heißt ja auch, findet die U-Bahn. Also... Achso. Lest ihr die Cress irgendwie an der Seite? Ne. Die dann immer wieder auftauchen? Wie siehst du, da steht die Saatenmutter finden. Ja, weil wir jetzt schon den eigenen Supermarche gefunden haben. Also, okay, neuer Plan Miko, wir triggern David einfach nur. Wir gehen halt einfach blind ran, weißt du? Ja genau, wir kommen halt blind. Ich hab schon noch Gefühl, ich spiel das hier quasi blind, aber wir machen einfach, wir machen einfach mal. Ah, hey, habt ihr mitgekriegt, die Plusse unter unseren HP-Bar sind die, die Dragon Hearts-Healing-Stuffs, die wir haben? Oh, wait, können die so lang werden wie die Health-Bar? Also, Anzahl-mäßig? Ja, ich hab auch 10 Reses, easy. Let's fucking go. Achja, gut, Leute. Wollen wir jetzt noch einen Abschnitt machen und dann für heute Stream beenden? Ah, noch zwei, oder drei, oder vier. Ein Boss noch. Ganz ruhig, ruhig dich. Genau, ein Boss noch. Search the environment to find ammo boxes, by the way. Ammo boxes? Pfff. Pfff. Auch keiner. Ammo boxes. Sind halt. Oh shit. Da. Da wollten sie mich. Da wollten sie mich. Drago geschrieben, die Letzis hier oben. Ich dachte, sie sind jetzt nochmal Stuff kaufen, aber. Sind sehr positiv und es gibt eine Demo. Okay, ja gut, Demo kann man ja mal ausprobieren. Demo kann man immer machen. Und Code Vein? Ja, ja. So, ihr unten, nicht oben. Schauen wir mal. Ah, ihr gelb, ja? Ja, ja, ich guck mal, was es hier so gibt. Achja, schöne Aussicht. Glutbaum wieder. Hier ist ein Weg nach unten. Ich schließe mal wieder auf. Ah, ne, ihr regelt schon. Alles klar. Okay. Ich hab oben das Eisen weggenommen. Gegner voraus. Da sind drei Gegner noch. Vier. Ja. Ja. Oh mein Gott, der brennt. Ich wollt grad sagen. Oh. Er ist die menschliche Fackel. Guckt euch mal an, wie viel Damage ich genommen hab. Das war eine melee attack. Holy shit. Ja, die bumsendisch ein bisschen weg. Bisschen bumsendisch weg. Ja. Okay, ich geh erstmal wieder oben. Guck, jetzt hab ich nämlich nur noch zwei Plusse wahrscheinlich. Ja. Ich geh mal wieder oben ein bisschen lang. Mach mich mal um. Da liegt was Liedernes. Liedernes Loot tut gut. Ring des Revolverhelden. Das klingt doch je nach unserem Hunter. Oh shit. Leute, es gibt so kleine Knospen, die explodieren und du brennst. Und du musst rollen, um den Brand wegzumachen. Holy shit. Gunslinger Ring. Ja, ich hab den Equip bekommen. Äh, Ticker bei mir. Ich guck's euch zurück. Vorsicht. Ich bringe was mit. Der hat richtig Bock, Alter. Komm noch. Komm noch. Nice, es ist Teamplay. Da sind noch Regner. Nice, es ist Teamplay. Sehr nice. Noch einer. Gut. Was läuft was? Noch zwei. Ja gut, komm. Die lassen wir auch mal dir. Komm, never mind. Hast du noch ein paar mehr? Nicht so ein bisschen durch die Wand schlagen. Ja, beruhig dich. Dann schmeißt du erstmal seine Waffe weg. Hol dir ab, beruhig dich. Den hole ich hier. Zack. Ich kann hier richtig schön staggern mit dem Hammer. Das ist, das gefällt mir. Da sind noch mehr. Ach, schlägt hier in die Hände. Er hat seinen Mate getroffen. Ja. Oder habt ihr ihn grad abgeschossen? Ne, der hat seinen Mate getroffen mit dem Beil. Er ist ja hart drauf. Schmeißt du ihm das in den Rücken? Die hängen an der Decke übrigens. Eww. Wie so Fledermäuse. Ja man. Gar nicht cool. Oh, da sind richtig viele. Hinter uns kommen vier. Richtig viele. Ich geh mal auf der rechten Seite lang. Johnny kommt, Leute. Bin ich grad gerollt und der Schuss ist so richtig stylisch über mich hinweg geflogen. Äh, Dicker. Ja, ich hab noch etwa... Was richtig dickes. Oh. Bei euch drei. Er ist in mir um? Was? Ja. Holy shit. Das war grad ein Hit. Oh boah. Ich geb ihm jetzt Schatz, Dicke. Richtig so. Er hat resisted. Er hat resisted. Er wollte mich gerade richtig weg machen. Er hat irgendwie einen Griff auf mich. Oh, das könnte der nächste Boss sein. Oh mein Gott. Oha. Aber wir haben doch grad getötet oder? Oder ist der die spawned? Also der nächste richtige Boss. Er ist so weggetelefordert. Oh, okay. Todanimation war so ein Teleford. Ah, okay. Gegen des Revolverhelden. Oh, das Waffenwechsel ist ja jetzt richtig schnell, Alter. Ey. Ja, das ist sehr geil. Uh. So, jetzt warte mal hier unten. Uh, die brauchen wir nicht. Da, da ist so ne Pflanze. Seid vorsichtig. Heller, ich seh nichts, weil der Ping drauf ist. Okay. Oh, da ist ein bisschen Loot. Ne, da habt ihr was getötet. Okay. Deswegen. Die kann man abschießen. Ah, okay. Die Explosion. Sehr gut. Die Explosion. Versagt die Karte. Ja, weiter in die Richtung. Sieht gut aus. Mhm. Seid. Weiter Richtung. Bossraum. Genau. Was ist das? Was? Weiß ich nicht. Neingang? Über uns. Oh. Habisch. Ja, haust sie einfach. Naja. Two Shot. Muss halt nur aufpassen, dass ich nicht nur auf Feuer renne. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. Ah, das sind nur Wurzstellen, okay. Vorsicht, Dave, Dave, Dave. Vorsicht, Dave, Dave, Vorsicht. Ja, was? Uh. Aber so ne Knurzbe nehm dir. Bevor die Gegner sie triggern, will ich sie lieber wegnehmen. Äh, okay. Vorher irgendeine, ey. Von links. Ja. Ich komme. Gib ihm. Einfach hinter. Oh. Was dickes? Nochmal so'n, so'n, so'n. Nice. Er hat grad, das ist so'n unbesiegbar Modus, dieser Charge. Besiegbar mein Ass? Nein, veränder. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Ja, sehr schön. Richtig schöne Sache. Ja, wenn der mich so grabbt, gebt ihm einfach. Ganz ehrlich, das ist sein Pech. Ja, wir müssen warten, ne? Ja, hier geht's weiter, da ist er. Ja, da ist Loot. Warte mal, Loot. Guck mal, wenn er den Grab macht, leuchtet er ja so'n rot. Achso, und dann können wir ihn nicht hinten. In der Zeit kann man ihn nicht damagen. Oh. Eisen. Ich hab' hier ein paar Gegner, aber so'n schick. Das sind nur... Ja, Loot. Ja, Loot. Nimm mit. Ich mach' mal Wallhacks. Bei uns in der Nähe sind keine Gegner. Das ist schon mal gut. Oh, da oben an der Decke hängen noch ein paar. Hier ist ne Kiste. Über dir, über dir, über dir. Über mir. Ah ne, im nächsten Raum. Ach so, im nächsten Raum. Okay. Oh ja, hier ist auch so'n bisschen Blut. Ja, da sind's ne. Komm doch. Du kleine Ratte, du. Ja, warte. Oh, das ist ne Lootmiko. So, ansonsten, oben war ich. Wir können dann easy weiter. Easy durchziehen. Ja, in Richtung dahin. Genau, genau. Ja, noch ein bisschen was mitgenommen, ne? Ist ja wichtig. Ist ja wichtig. Oh, ich hab' noch sechs Schusspistole. Oh, ja, muss aufpassen. Oh, warte mal, was ist denn hier? Ich hab' noch Zähne für meine Schotti. Da war ich vorhin schon drin. Ach so, cool. Coming, I'm coming, I'm coming. I'm running, guys. Let's just, let's just wait for me. Okay, da ist ein Checkpoint. Ja, ja, ich brauch meine Zähne. Das, 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 das. Fühlt sich doch hier nach Boss an. Ein bisschen. Oh, man kann noch pingen, während man sitzt. Oh ja. Das ist nett. Haben wir eigentlich schon mal ausprobiert gedrückt zu halten beim pingen? Dass da vielleicht noch irgendwas anderes kommt? Nein, ne? Ja, man kann auch eine andere Sache machen. Gesten. Hier lang. Oh, yeah. Mir nach. Weltenstein. Da drüben, lass uns den Weltenstein erreichen. Ah ja. Let's get to the world soon. Okay. Mal gucken, wie sehr ich daran denke, das zu benutzen. Aber das ist schon mal nett. Primäre Munition, sekundäre Unterstützung. Je nach. Ja, komm. Warum hab ich jetzt das Waiting for all players buggy Dings auf dem Bildschirm? Das sind Fragen. Ich seh'n Gegner. Ah, super Fragen. Ja, man. Holy shit. Oh, er brennt wieder. Ja. War da so ne Knospen neben ihm, oder warum bist du einfach? Ah, na gut. Na, ist egal. Passt schon. So, was haben wir hier? Hier ist ein bisschen Eisen. Gegner. Oh, so. Ist nur einer. Unten sind wir noch Gegner? Ich muss auf jeden Fall dann mal die Waffe upgraden, ne? Ich brauche drei Hits. Wobei... Ach du Scheiße. Ja, hier sind ein paar Gegner. Es kommen viele Gegner. Und an der Decke hängen noch drei. Ja, ist okay. Okay. Ein Thema? Banater wäre jetzt gut. Ja, genau. Irgendwie... Die fehlt mir so ein bisschen. So ein bisschen, äh, fehlt mir die. Nope. Nice one. Kannst du wieder nicht auf mich schießen? Dankeschön. Oh, Junge. Da war Army im Gesicht. Kleines Auto. Du Kleiner. Oh, oh, oh. Der hat ein gruseliges Gesicht. Er ist in meinem Kopf. Ich droppe mal hier. Ah, der war ja drüben. Das sah so ein bisschen aus wie Terror, den ich hatte. Also Vorsicht. Kann ich mal nicht hier an der Ledge buggen? Ne, ich gehe down. Oh Gott. Der schreit. Das ist doch was mit Terror. Ich hab ihn. Nice one. An dir dran. In jeder Menge. Sehr gut. Die paar Ads clearen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich get's ja. Danke dir. Ja, das war so auf der Stelle so ein Hoch-Runter-Wacken, so höhentechnisch. Ja, da war ich ein bisschen durch. War ich ein bisschen durch. Jetzt bin ich Level 18, habe aber keine neue Fähigkeit. Auch nicht schlecht. Du hast Zeit, wo noch nichts geleistet. Ja, ja. Dann ist okay, ist okay. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Aber dass du halt keine Melee-Fähigkeit irgendwie bekommst oder sowas. Einen Sprung oder sowas, weißt du? So Hulk-mäßig, Hulk-Jump. Äh. Nicht nur Loot. Ah, Loot ist immer gut. Oh, noch so ein Glück, ne? Oh, noch so ein Glück, ne? Ja, rein damit. Neuer Eigenschaftspack. Vielleicht nochmal hier. Krieger. So. Und hier ist ne Quiste. Also David. Uh, Stimpack. Adrenalin. Ohoho. Ich schlau nach. Ich bin noch ne Wäsch. Sehr gut. Ist das hier in die... Achso, da geht's weiter. Von da sind wir gekommen. Okay, cool. Ja, chillig. Chillig. Sag mal, war der Totenkopf oben rechts bei der Karte schon immer da unten? Ne. Ganzes Level zumindest. Bisher. Ich glaube, das zeigt ihm in die Richtung vom Bossa. Wahrscheinlich, ja. Halt, ich bin den Rücken frei! Ja. Ja, nice. Ah, von hinten? Von hinten, ja. Immun? Ja. Ja. Ja, das ist genau das. Vor allem One-Shotted dich während der Immun ist und dann... Da ist er? Da ist er. Ja, drüben. Ich, ich, ich resse Miku. Da ist er. Da ist er. An dir dran. Ach, das ist auch ein dicker hier. Also, der hat zumindest viel Leben gehabt. Scheiße. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Deswegen, ich dachte so, ja, der slow ich mal noch einen Hit, der stirbt. Ne, war noch drei. Da war der Gegner so. Ne, 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 ne. Ein bisschen. Ah, ich dachte ne. So. Ich hab' noch zwei. Warte mal, hier willst du, wirst du ganz ehrlich hier. Nimm mal den hier, dann kannst du die Herzen aufheben. Hm. Okay, wir haben die jetzt alle getötet gehabt, ne? Ich brauch Munition. Ja, wir können dir. Ähm. Kann man, kann man sowas droppen? Hier mal verteilen und gucken. Schnellauswahl. Verwenden sie auf jeden Fall nach unten. Was sagt denn die Karte? Da hinten ist der Ausgang auf jeden Fall, gut. Dann check ich mal hier. Da ist schon was. Da seh' ich doch schon Loot. Also, hier kommt man rein. Es gibt eine Überführung oben, eine unten. Ich geh' mal nach oben, geht einer von euch nach unten? Hm, ich geh' nach unten. Sehr gut. Dafür treffen wir uns oben, genau. Hier geht's bei mir nicht so ganz weit. Okay, du läufst da lang, ich check hier mal. Da drüben. Da hin? Hier ist nix. Ne, oh ne, aus der Höhe sterb' ich bestimmt. Ne, hier ist auch nischt. Absolut nischt. Ja, schon. Unten war auch nix mehr. Wow. Und da kommen wir ja weiter. Richtig Underwinding, ja. Ja, ich komm. Hörst du, das ist einfach als Arena gedacht? Ja, wahrscheinlich. Das kann gut sein, ja. Das kann sein, ja. Okay, Ausgang, da ist er. Ja, das nächste muss ja dann eigentlich direkt der Bossraum sein. Der Totenschädel unten an der Map, der bewegt sich ja auch nicht. Na ja, vielleicht ist es so eine Richtungsangabe. Entweder das, ne, oder. Es ist einfach, dass wir, weil wir Multiplayer sind, zeigt das die Schwierigkeit an. Das kann sein, ja. Der Totenschädel für hart. Mhm. Mhm. Äh. Draco fragt, vor allem, was macht man gegen diesen Greifer, wenn man allein ist? Naja. Oh, scheiße. Oh! Also. Ja. Nicht greifen lassen. Man hat dann so eine Zeit, wo man eh maschen kann, um sich zu befreien. Ah ja. Und wenn man das schafft, dann kriegt man nicht den Damage, glaub ich. Bin nicht so hart rasiert. Oh. Und ansonsten, wenn man halt gegrapped wird, dann respawn. Man dodged halt. Ja. DODGE! Ich hab hier hinten, glaub ich, Secret Stuff? Nope. Ich hab mich versteckt. So, ich mach euch nicht mehr. Das ist ne Boss-Map, ist ne Boss-Map. Oh, oh, oh. Ja. Das ist... Drago, leider eh... It's Boss-Time again. Alleine haarig, würd ich sagen. Mhm. So. Ja. Dann laden wir mal unseren Kram auf. Ja. Wir reisen nicht zurück, oder? Ich hab gerade mit dem nachgeladen, ne? Ja. Ne, wir hätten hier jetzt schon dreimal zurück... Oh, Boss. Ja, genau, deswegen sag ich ja. Ja. Oh, 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 oh. Hat ich schön gepinkt, die Tür. Ne, umso besser, geht mir nichts kaufen. Wir gucken, was der Boss kann und dann kaufen wir dementsprechend. Genau. Genau. Ja. Okay, selbe Strip wie davor. 1, 2, go. Zu fett. Oh, sehr schön. Oh Gott, ja man, durch die Fenster kommen jetzt Viecher rein. Meinst du? Ja, wunderbar. Oh Gott. Ich hab den gesehen, den Boss. Oh shit. Schau heran mein Kind. Du bist es. Angespült wie ein Fisch. Oh, Mädel. Wir sehen alles. Wir sind die Saatmutter. Ein Wesen der Weisheit, durch das die Saat spricht. Wonach suchst du? Wonach suchen wir? Äh. Okay, guys. Irgendwer von euch cuttet die ganze Zeit die Dings weg. Cuttet was? Was? Die spricht nicht zu Ende bei mir. Bei mir spricht sie zu Ende? Ja, ihr habt das Spiel auf Deutsch. Ah. Hm. Ah. Aber wenn ihr zwischen dem Sprechen was klickt, nur weil der Satz vorbei ist. Nee, ich lass es auslaufen gerade. Interessant. Ja, sie spricht bei mir nie zu Ende. Was? Die denkt sich, ach, den Rest kennt der Junge schon. Der weiß doch, was ich meine. Ich soll erlesen, was ich meine. Genau. Siehst du nicht die Subtitles? Vertrauen. Äh, ich hab mich zugehört. Es ist doch egal. Ich werd sie beschützen. Sie kommen. Sie kommen. Oh, ja. Ach, verteidige diese Atmutter. Ich dachte, ich... Are you okay? Ja, dann hier, lasst du mit Standing. Ja, du hast gefragt, ob du sie beschützt und dann warst du so... Nee, 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 nee. Also eigentlich... All I know is I must kill. Ja, äh, ich bleib hier einfach close. Dann hast du halt das Deutsche gesagt. Mal rechts stehen. Ich mach mal Wallhack. Äh, rechts einer, links einer jetzt. Ja, zwei rechts. Ja, ich warte auf den Dicken, der dann durch die Decke geschossen kommt. Hier kommt ein Dicker. Ein Sniper. 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 Hallo, mein Süßer. Ist weggebrochen. Wir müssen nicht nur die Ads clearen und uns am Leben halten, sondern sie wirklich am Leben halten. Ja, ja. So, noch was? Die lacht nur. Mädel, Mädel, Mädel. Komm, da hinten. Ja, zwei Sniper. Ich fokuse den Linken. Großer. Beide Sniper an mir dran gerade. Ich geb ihn richtig. Geiß, ähm. Große. Die Sartmutter. Ja, an der Großen. Ein Sniper fast tot. Okay, die Sartmutter, der Dicke macht die, alter. Oh, ein bisschen gestagert. Jetzt durchziehen, durchziehen. Oh Gott. Fünf Sekunden. Oh mein Gott. Ich bin am Ende gegangen. Oh, der Sniper hinten. Nein. Ja, ich hab den Sniper richtig low gemacht. Ah. Ja. Egal, machbar würde ich sagen. Ich hab aufgehört die Sniper zu killen, weil ich, als du gesagt hast, der Große macht sie, hab ich mich umgedreht und mitgeholfen und da hab ich ihn nachgeladen und dann haben halt die Sniper mich gekillt. Na. Ich hätte einfach weiter auf die schießen sollen und die machen ja auch richtig gut dabei, der Bruder. Aber das schaffen wir so. Ja. Das ist, das ist machbar. Der macht das mal alleine, ey. Ich würde gerne ein Fenster nehmen, dass du die Sniper snipest. Weißt du? Weil ich kann mit Melee die einfachen Ads besser klären, als die Sniper. Ja. Ja. Na, mach das einfach. Das brauchst du mir nicht sagen. Ja. Mach dich breit. Ja, wir sind breit. So, ich bleib links. So, dann mach ich einfach hier, ich stehe vor ihr und def alles, was so reingeht. Ja. Wenn irgendwas ist laut schreien, ich kann ja hier Waffen-Buff geben. Ja. Ja. Warte halt. Easy insides, die Brüder. Komm doch, komm doch, komm doch. Ich hab dich schon gehört. Ich hab dich schon gehört. Ja. Genau dich. Ja. Ist der nächste. Sniper sind da. Sniper, komm. Ja, schieß nur ein bisschen auf mich, ist okay. Wären sie das? Wären sie das? Wirklich? I'm dead. Ich komme, Miko. Ja, komm. Von hinten. Ich resse Miko? Danke. Kein Problem. Ah, jetzt hab ich jetzt auch Erweckungs-Prediger. Sehr gut. Auf der linken Seite wieder. Easy, Alter. Da ist der Dicke. Oh, er schleppt mich. Erstmal. Nein, 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 nein. Er ist hier durchgesäbelt. Ach, komm. Ja, der Dicke läuft. Ein kleiner ist gleich bei der Mutter. Ruhe. Oh, wow. Sehr gut, Dave, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der Dicke konzentriert sich auf mich. Ja, das ist sehr gut gerade. Jetzt will er mich. Nee, will er nicht. Er zieht durch, ne? Easy, äh, Sniper. Sniper, ne? Ich versuch mal zu resen. Es gibt mehrere. Nee, es sind zu viele, es sind zu viele, es sind zu viele. Sie sind nicht an der... Oh, ein Sniper bei der Mutter, aber er schießt auf euch. Der größeren zur Mutter. Nee, der Dave in der, ja. Abgeschlossen. Nice, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wow, wer weiß, wie geklappt das war, ey. Holy shit. So wollen wir es doch haben, ne? Sind wir mal ehrlich. Ja. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Sehr schön. Überlebenswille auch bekommen. Danke. Nee, gleich zwei Fähigkeiten. Gesundheit... Warte, was? Gesundheit bei Verletzungen plus Prozent Wiederbelebungsrate? Ja, das ist das, wenn du ein paar Mal stirbst, dann kriegst du das. Ja. Mit die Gesundheit bei Verletzungen. Ja. Oh, Mama. Okay, nope. Vitalität. Hey. Naja. Trade Dabbler, are you okay komplett? Alter. Was? Oh, nicht share. Ja. Danke, mein Kind. Ach du Scheiße. Bald. Da. Die Mauer. Dahinter verbirgt sich ein Weg. Finde den Weg und kehre dann zu deinen... unseren Leuten zurück. An den Ort, den du Station nennst. Ich kenne den Weg. Wir werden uns wieder begegnen. Oh, Segen der Mutter. Mensch. Verringerter Fernschaden. Aha. Ah ja. Aha. Ja gut, okay. Das wird zu... Nett, aber... Naja. Wichtiger hier ist das, was ein Loot. Hoffe ich. Bonusraum. Lootraum. Lootraum. Liegt... Irgendein Buch. Mhm. Loot haben wir mal gelesen. Wisst ihr Bescheid? Oh ja. Liebes Tagebuch. Mhm. Ich saß heute schon wieder. Nur auf diesem Stuhl. Langsam reicht's mir. Ich sag mal, wieviel gibt's hier denn? Kannst du uns mal hinsetzen? Ja. Ja. Sonst verblute ich hier. Ich lese es okay. Ich komme. Ne, der... Der Bleed-Debuff wäre vorher ausgelaufen, bevor ich gestorben wäre. Ja. Aber dann hat Miko mich angeschossen. Ah. Und jetzt reicht's nicht mehr. Wobei, warte mal. Doch, das reicht. Doch, doch. Das reicht trotzdem. Mist. Ich wollte dich nur wieder... Nein! Hier wird okay. Das ist ausgeschissen. Sehr gut. Dafür, dass ich beim Boss gecarried hab, ja. Ja, ja. So. Ja, Leute. Ich würd sagen, an dieser Stelle ist noch Schluss hier für heute. Oh. Ja. Noch einen, Boss. Noch einen. Nee, nee, nee. Komm, komm, komm. Der war gar nicht langweilig. Das war doch kein Bossfight. Ja, ja, ja. War nur ein Zwischenboss. Das war kein richtiger Bossfight. Genau. Ne, ähm. Ja, wir wählen mal den Stream an der Stelle. Bedanken mich bei allen, die am Start an die zugeschaut haben. Natürlich auch bei euch beiden. Und, ähm. Ja, ich würd sagen, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns, äh, Dienstag wieder. Dann auch mit den funktionierenden Sounds. Und, ähm. Ich glaub, ne Runde Zelda? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich poste den Wochenplan heute noch, äh. Könnt ihr da reinschauen, ja? So, Leute. In dem Sinne, haut da rein. Macht's gut. Schönen Sonntag noch, ja. Sehr schön. Ja, äh. Haut da rein. Ciao, ciao. Haha. Ciao, ciao. Ciao, ciao.